Kasma! Ja! Bravo! Was geht ab? Hallöchen! In was für einem Gruselau sind wir denn jetzt gelandet? Ich weiß es auch nicht, aber ich habe gehört, dass wir auf jeden Fall irgendwas rumspucken sollten. Wir sollen uns erstmal Süßigkeiten sammeln, solange wir können. Und wir sollen doch anscheinend auch die Küche finden, wird hier auch gesagt. Ich glaube, da vorne ist die Küche. Was glaubst du, sind hier verrückte Sachen oder so? Ich habe alle meine Süßigkeiten schon aufgegessen. Ja, das sieht ja noch Küche aus. Weißt du, was ich am Start habe? Ein Bezoschläger! Oh, wer ist der denn? Oh, er hat uns anscheinend schon erwartet. Sagt er. Also, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal hier die Küche gefunden, Kaspar. Ja, sieht ganz gut aus. Hier so ein Lolli nehme ich mal mit und hier. Hier wird irgendwas gekocht oder so, ne? Also Lolli habe ich auch. Ah, wir sollen das Haus jetzt durchsuchen. Ah, und wir müssen anscheinend auch gute Items finden, die halt wichtig sind. Hä, was ist denn hier? Die ist abgeschlossen, die Tür. Ey, Loll, guck mal unten. Geh mal hier rein, geh mal da rein in das Grüne. Dann siehst du unten, dass das hochgeht. Ah! Achso. Loll, okay, also wir dürfen uns nicht berühren. Wir dürfen uns nicht erschrecken lassen. Das wollen wir ja nicht. Okay, das wollen wir nicht. Also, deswegen, ich glaube jetzt mal mit dir. Schnell weiter. Ja, auch verschlossen dann die Tür. Da stand gerade, wir brauchen einen Schlüssel, den wir finden müssen. Okay, 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 okay. Ich glaube, ich weiß, wo der Schlüssel ist. Hier, nehm ich auch noch ein paar Süßigkeiten mit. Hast du da was, hast du da was? Alles verschlossen, nur eine Süßigkeit war gerade hier. Auch Süßigkeiten? Hier geht's auf, so. Ja, dann müssen wir safe call, hier irgendwo was. Oh, hier ist ein Schrank. Ja, ja, irgendwo wird hier was sein. Sag mal, die kannst du ja gar nicht aufmachen hier, die Schränke. Ne, die kann man alle nicht aufmachen, ja? Hä? Dann hoch, dann müssen wir hoch. Ja, wir müssen safe call hoch. Oh nein. Oh, das Essen ist schon fertig. Okay, also wir werden auf jeden Fall gleich mal nach unten gehen und dann was essen. Ja. Okay, jetzt, jetzt. Wir haben leider noch kein Schlüssel gefunden. Oh, das ist ein gruseliges Bild hier. Warte mal. Hä? Guck mal, ich kann da raufklicken und dann wackelt das so. Ich weiß nicht, was das bringt. Ich weiß nicht, was das bringt. Gut, keine Ahnung, was das bringt. Aber lassen wir lieber hier schnell hin. Und dann was essen oder so. Ja, so. Lecker. So, ich sitz auch. Ich bin ready. Ich hab Hunger, Butter. Let's go. Ich hab Hunger. Ab geht's. Essen. Oh, lecker, lecker, lecker. Lecker, 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 lecker. Bisschen Hähnchen und so. Vor allem entspannt. Er hat gesagt, Kasper hat anscheinend ein Fünf-Sterne-Menü für uns. Ja, besser ist er auch. Guck mal hier. Gang-Menü. Oh, guck mal hier. Njam, 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 njam. Haben wir erstmal reingesteckt jetzt hier. Aber das Ding ist, weißt du, was ich komisch finde? Was denn? Er hat uns irgendwie schon erwartet hier. Obwohl wir einfach nur hierher gekommen sind. Aber ich bin ruhig, dass er wenigstens was zu essen haben, muss ich sagen. Ja, ist doch alles gut, wollte ich grad sagen. Warte mal, ich guck mal grad, ob wir uns irgendwas kaufen können hier. Wollen wir mal hochgehen, mal gucken? Vielleicht ist das so möglich oder so. Das klang ganz schön heftig. Das muss doch irgendwie der Besitzer oder so. Oh! Was ist das los? Was? Also, die reden mit uns da diese Wärter oder was? Ich glaub schon, ne? Oh nein. Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott, nein! Lauf, 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 lauf. Ich bin schon waffig. Ich kaufe erst eine Waffe. Ich hab mir eine Waffe gekauft. Oh, ich bin auch schon waffig. Hilfe! Hier, Baseballschläger. Hilfe, Kasper. Wo bist du? Ich komm dir zu Hilfe. Ah! Ah! Ich bin in der Küche. Ich bin in der Küche. Oh, hier ist noch extra auf dem Boden seh ich grad. Oh mein Gott. Ich hab die mal lieber nehmen sollen. Oh, die hängen fest. Okay, okay. Die hängen fest. Bam! 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 Los, schlag die, schlag die! Ich bin am Start. Oh mein Gott. Die haben wir gleich. Jawohl. Sehr schön. Du sagst aber alles gut. Ich hab leider 10 AP verloren, ne? Du auch? Ich bin mal 73 die ganze Zeit schon, aber alles gut. Ich bin mal 71 nur noch. Aber was ist denn hier vorne? Wir müssen halt noch... Steaks! Noch mehr. Die Snacks. Hä? Hier ein Apfel für 15 hab ich gekauft. Stimmt. Wir können uns hier... Ah! Ah, okay. Der goldene Apfel. Hier so ein Medikit, ne? Warte. Hier so ein Medikit, gibt's hier dann einen Kuchen. Stimmt. Aber die können wir alle nur mit so Geistesachen kaufen. Cool. Okay, dann lass uns mal ganz kurz hier vorne hingehen zur Tür. Mal mal zu sehen, was sich grad das auf sich hatte mit dieser Explosion. Oh! Nein, was ist jetzt los? Du wirst nicht entkommen. Hä? 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 Wer spricht da? Ich weiß auch nicht, Caspar. Ich hab schon sehr lange auf neue Opfer gewartet. Hä? Bitte lass uns doch in Ruhe, wir machen doch gar nichts. Wieso? Wie jetzt? Wieso auf uns denn? Was ist hier denn los auf einmal? Ich hab noch gar nichts gemacht. Woah. Woah. Okay, was war das gerade, Caspar? Ich weiß das auch nicht genau. Also irgendeine Geisterstimme. Also irgendwas stimmt hier auf jeden Fall. Irgendwie schon. Lass uns einfach am besten den Weg nach draußen finden oder so. Die Tür davon ging ja schon mal nicht. Guck mal, die sind ja auch weg, die Wärter jetzt hier. Vielleicht können wir hier... Ja. Ich denke, wir können... An den Bilder wackeln. Glaubst du, da ist ein Schlüssel hinter einem von den Bildern? Das kann sein, ne? Könnte schon sein, ne? Ich guck mal... Oh, die Tür ging auf. Okay, ich kann auch hier die Schublade aufmachen. Hier ist nichts drin. Hier oben. Hier auch nichts drin. Hier brauchen wir einen roten Schlüssel. Einen roten Schlüssel? Okay, aber wo soll der denn sein? Sag mal. Der Schlüssel... Der ist bestimmt bei dir da oben irgendwo, oder nicht? Ich suche... Ja, ich such grad schon. Aber das Ding ist... Ist der da drinnen? Ne, auch nicht. Wir sollten am besten einfach den Butler finden. Vielleicht wird er uns da sagen, wo wir hin müssen oder so. Ja, okay. Okay. Aber... Sag mal. Nicht in den Räumen hier. Ne, leider nicht. Oh, hier sind noch ganz viele Räume sehe ich grad. Ja. Okay, müssen wir mal durchgucken. Boah, mega viele Räume. Aber lass mal lieber nach unten gehen. Ich glaub das ist in der Küche. So. Okay, dann lass runter. Ist der hier der Butler? Hier liegt irgendwas. Hier liegt ein roter Schlüssel. Oh, sehr gut. Ich hab einen roten Schlüssel gefunden. Ja. Dann müssen wir jetzt oben zur Tür, weißt du? Zur roten Tür, ne? Hm, ja. Okay. Dann nehm ich den mal ganz kurz hier auf. So. Sehr schön, sehr schön. Und zack. Und dann kann ich damit, glaub ich, hochgehen, ne? Hier, guck ich nochmal rein. Auch alles leer. Ich komm dann jetzt mal. Wo bist du? Ja. Ich bin oben. Du siehst auch das Schloss auf der... Siehst du das? Ja. Stimmt, ich seh's. Ich seh's, ich seh's. Ich geh jetzt hin. Kann man sich noch so waschen und so. Hier ist ein Badezimmer, okay? Kommst du mit zur roten Tür? Ja, ich komm, ich komm. Alles gut. So. Warte. Ich guck hier noch einmal kurz durch. Ja, ich fahr jetzt mal die roten Tür auf hier. So. Und. Ja. Wow. Was ist da? Okay. Sieh irgendwas in den Schubladen drin? Ja. Ne. Da ist was. Oh, da waren so Geistermünzen. Ach, die Geistermünzen. Da waren es eben auch Geistermünzen. Guck mal, hier geht's weiter, Broxo. Was ist denn hier oben? Eine Schriftrolle. Warte, hier sind nur noch ein paar Sachen. 0 9 2 9 Lego. Genau. Hier ist auch eine Schriftrolle. Der Schlüssel zum Garten ist hinter dem Painting. Oh. Okay. Und irgendwas ist anscheinend in der Hütte oder so. Also hinter einem Gemälde ist anscheinend irgendwas zum Garten oder so. Okay, also sollen wir wieder raus oder was? Oh, hier sind voll viele so Tipps, ne? Aha. Ah, da sehe ich ein Gemälde. Komm, hier ist das Gemälde, glaube ich. Stimmt, hier sind überall Gemälde, ne? Ja. Ne, okay, das war es nicht. Ich habe hinter einem geguckt, da war es nicht. Okay, pass auf. Ich kurz nochmal ganz auf, was das Ding hier gesagt hatte. Wir müssen anscheinend irgendwas Nützliches dann noch finden in der Hütte. In so einer... Okay, du kannst ja mal nach der Hütte gucken, dann würde ich sonst einen Schlüssel suchen. Hinter den Bildern. Ne, wir müssen jetzt jedes Bild einmal dran wackeln. Ah, okay, okay. Aber das Bild soll mit einer Hütte sein, oder was? Nein, nein. Da hinter dem Bild ist eine Hütte. Ah, so. So, ist hier vielleicht noch irgendwas hinter? Oh. Ja! Hier ist ein Schlüssel. Das ist? Okay. Sehr schön. Ich habe den Gartenschlüssel gefunden. Ja, sehr gut. Ah, da drüben. Sehr schön. Ah, hier geht es lang. Hier unten. Ja, ich komme jetzt. So. Da müssen wir hier runter gehen, ne? Da müssen wir jetzt hier mit dem Schlüssel in den Garten gehen, logischerweise. Und dann bin ich mal gespannt, was da ist, ne? Oh, da könnte schon irgendwas versteckt haben, ne? Da könnte auch die Stimme sein. Also da müssen wir eigentlich ein bisschen vorsichtig sein. Nicht, dass wir da jetzt in eine Falle kommen oder sowas. So, dann machen wir... Kann sein, ne? Oh Gott. Oh mein Gott. Was? Doch, das war eine Falle. Ihr werdet das hier nicht Leben draus schaffen. Hahaha. Was? Wie jetzt? Was willst du von uns auf einmal? Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Nein, Zombies. Zombies. Kannst du mal Zombies? Okay, komm. Die müssen jetzt kaputt hauen. Den hole ich mir hier. Ah! Ey, der will voll Leben machen. Komm, komm, komm. Aua. Ah, 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 ah. Ich hau ihn, ich hau ihn. Ja, sehr schön, sehr schön. Haben wir, haben wir, haben wir. Jawohl. Okay, weiter geht's. Da vorne sind noch zwei. Okay, du leidst nicht hier weg. Ich kümmere mich um den rechten. Baaah. 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 Das war's mit dir, du Blöderzahm. Du kriegst mal hier einen Trüppel auf den Kopf. So. Bam, bam, bam. So. Oh, ja alles gut. Ich geb ihm gut hier. Oh mein Gott, ich bin fast tot. Wie viel Leben hast du noch? Ich hab 50%. Ich muss einmal ein Medikit kaufen. So, Medikit ist gekauft. Okay, okay. Und benutzen. Jetzt habe ich hier ein bisschen verlegen. Ich hab meine, ich hab meine. Hast du den auch? Ich hab meinen auch. Okay, sehr gut. Okay, sehr schön, sehr schön. Nein! Oh, guck mal, hier ist ein Labyrinth, hier komm ich gleich weiter. Okay, 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 hast recht, hast recht. Dann würde ich sagen... Die Stimme, ne, ist echt gruselig, ne? Die ist schon echt ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Menschen 2, gruselige Stimme 0, ne, hat er verloren anscheinend. Eure Aktionen werden nicht toleriert. Ja, aber anscheinend ist er nicht so stark, weil wir haben ja schon zweimal seine Gegner. Anscheinend ist er echt nicht so stark, ne? Er hat seine Leute da losgeschickt, da geholt. Ich würde sagen, Kaspar, wir gehen jetzt einfach hier durch das Labyrinth durch. Und dann gucken wir, wo es lang geht. Oh nein. Hä? Oh Gott. Hä? Wo müssen wir denn laufen? Lauf einfach durch. Wir müssen das Labyrinth einfach schaffen. 30 Sekunden, okay. 30 Sekunden nur noch. Alles gut, das schaffen wir. Und pass auf, dass du nicht durch die Felsen läufst. Ja, 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 hab ich gesehen gerade. So, ich hab's, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Ich hab's auch, ich hab's auch. Okay, sehr schön, wir sind safe. Okay, das ist irgendwas. Ne Taschenlampe hab ich gefunden. Oh, stimmt, ja auch ne Taschenlampe? Sehr cool. Was ist das da, ne Ecke? Nein, das war's noch nicht, das war's noch nicht. Wie ist's? Echt? Ja. Hast du's aufgesammelt hier auch in der Ecke? Ich kann's nicht aussammeln. Jetzt. 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 Auf die Taschenlampe, Gas. Oh nein. Ist das ein Geheimeingang oder was ist das? Was ist das jetzt? Hä? Ah! Was ist das denn? Nein, das ist die... Volker Geist. ...die geheime Stimme. Ich hab euch genau da. Der Butler, ja, alles ist gut, ich weiß. Alles gut, alles gut, hier sind keine Monster mehr. Braucht ihr keine Sorgen machen. Alles entspannt. Alles gut. Dann sind wir also jetzt auf jeden Fall wieder im Haus. Dann sind wir wieder im Haus, aber... Ding ist... Hast du den Geist nicht gesehen hier, oder was? Du arbeitest doch hier schließlich. Bäm, bäm, bäm. Hab ich so gemacht, ne? Ja, ich mein den Butler. Ach, er weiß natürlich nicht welchen Geist. Das ist dann wieder logisch. Ich war wieder klar, ne? Haben sie wieder keine Augen, ne? Unglaublich. Weißt du, was ich glaube? Ich glaub, dass der Butler tatsächlich irgendwie... Der ist da bestimmt involviert, ne? Der hat da... Das stinkt auch. Glaubst du? Der macht doch da irgendwas. Ja, ich glaub das. Ich kann mir ne Süßigkeiten essen, die ich aufgesammelt hab. Ja, mach ich die ganze Zeit schon. Ach so, deswegen haben wir jetzt auch wieder so viel Leben. Ah. Also wirklich. So, hier. Okay. Ich kaufe mir hier mal so nen Kuchen. Ah, kann ich auch gar nicht. Aber Kasper, ich würd sagen, wir müssen jetzt wirklich hier den Ort verlassen. Das ist mir nicht ganz geheuer. Auch wenn ich den... Ja, okay. ... in der Taschenhabe weggelöscht habe. Ja, okay. Ja. Vielleicht kommen wir hier raus irgendwie. Na toll. Der Butler sagt gerade, dass draußen ein Sturm ist und die nächste Seele ist 100 Meilen entfernt. Na toll. Also das war's dann wieder komplett. Dann lass uns einfach hier irgendwie wenigstens die Nacht verbringen. Ich mein, die haben so viele Schlafzimmer. Ja, pass auf. Ich hab ne gute Idee. Hier war doch irgendwo. Ne, hier nicht. Komm mal mit. Komm mit. Ja. Wir gehen hier drüben ins Schlafzimmer und legen uns hin. Ich mein, jetzt haben wir doch eh keine Indiz mehr zu befürchten, oder nicht? Machst du eigentlich recht. Aber ich nehme das rote Zimmer. Oh, du hast dich schon reingelegt, ne? Ne, ich geh jetzt ins rote hier. Und du, hier ist noch ein Bett für dich. Hier, komm ran. Okay. Das ist mein Bett. Aber logischerweise müsst ihr das erstmal waschen vor dem ganzen Untum hier. Ja, stimmt. So, ich glaube wir müssen hier rechts dran. Ach, du gehst falsch. Du gehst falsch. Nein, ich komm doch schon. Ich komm doch schon. Ich kenn mich besser aus hier. Okay, dann würde ich mal sagen, watsch ich mich mal ganz hier kurz. So. Ich auch. So. So, alles entspannt hier. So. Ja, normal. Bisschen waschen hier drin. Alles easy. Ich geh hier auch nochmal kurz so. Genau, mal hier in die Badewanne. Okay. Sehr gut. Dann lass uns wieder zurück gehen. Ich schlaf jetzt, Kasper. Du musst auch schlafen. Gut genug. Okay, okay. Ich komm, ich komm. Alles gut. Das ist gut, oder? Irgendwie riecht es gut, ne? Ja, ich bin hier auch noch im Badezimmer. Also alles easy. Ich komm mal zu dir. Ja. Bist du am Schlafen noch, oder was? Ich hab noch geschlafen. Aber glaubst du, der Bart hat uns das her oder was? Der meinte, der macht uns das her. Okay, lass mal unten gucken. Vielleicht ist das schon was Leckeres oder so. Ich glaube schon. Vielleicht... Oh. Oh mein Gott. Oh Gott. Was denn das für ein Ding? Oh mein Gott. Das sieht so lecker aus, ne? Oh. Oh, was? Oh. Was? Wie jetzt? Das hätten wir nicht essen dürfen anscheinend. Der Kocher sagt irgendwie, wer hat meinen Kuchen gegessen? Nein, 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 nein. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Okay, pass auf. Wir müssen uns schnell verstecken, Kasper. Kaiser. Oh Gott. Lauf, 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 lauf. 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 Läuf in sein Radius rein. Hier, schnell. Nach rechts. Hä? Kasper? Ich bin... Du kannst reinkommen. Du kannst wieder reinkommen. Ich bin safe hier. Ja? Er folgt mich? Ja, der ist hier. Guck mal, der guckt durch die Wand durch. Hä? Ah. Geh nicht rein. Macht er dir Schaden? Okay, komm, ich schlag ihn von hinten. Hau ihn von. Lock ihn mal an der Wand da hinten. Mach ich doch schon. Okay, was auf, ich schlag ihn jetzt von hinten. Hau ihn, hau ihn, hau ihn. Ah. Hey. Nein, den kann man nicht hauen, den kann man nicht hauen. Du musst nur abhauen, oder was? Los, 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 los. Lauf. Lauf, Kasper, lauf. Oh, alles. Lauf, du musst nur... Hä? Ah. Ich bin fast tot, Broxo. Du musst jetzt einfach ein bisschen ran da. Lauf, lauf, lauf. Hier rein, hier rein, hier rein. Oh, das Ding ist unter uns, das Ding ist unter uns. Alles easy. Der ist zu blöd. Guck mal, der ist blöd. Was ist denn mit dem? Sag mal, der kann uns doch gar nichts anhaben. Ah. Nein. Was machst du? Was machst du? Bist du verrückt, oder was? Hilfe. Du kannst nur gerne runter springen. Hier ist die Sackgaste. Ja, ich chill hier oben. Ah. Ich chill hier oben jetzt. Ah. Ich bin fast tot. Lauf. Ich bin fast tot, Kasper. Lauf. Nein. Der wird uns so lange verfolgen, bis wir irgendwie uns versteckt haben oder so, ne? Wir müssen irgendwo hin, oder? Ah. 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 Alles gut. Okay, alles gut, alles gut. Soll er kommen, soll er kommen. Okay, ich gehe jetzt hier irgendwo. Warte mal, vielleicht müssen wir den auch anleuchten, weißt du, wie den Poltergeist eben. Glaubst du? Ich bin eingesperrt. Doch nicht. Oh Gott, das war gerade krass. Hast du ihn angeleuchtet? Nee, okay. Anleuchten bringt nichts. Anleuchten bringt leider nichts. Ey, er ist verschwunden. Ich habe ihn angeleuchtet. Ich hatte jetzt doch was gebracht. Ja? Hey. Ja, ich habe ihn angeleuchtet. Du musst ihn anleuchten. Äh. Hilfe. Nein. Ja. 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 Wir haben ihn nochmal. Sehr schön. Okay, okay. Okay, noch einmal anleuchten. Da haben wir ihn. Anleuchten. Ja, jetzt. Jetzt. Ja. Ja. Das war's mit dir, du blöder Geist. Sehr schön, sehr schön. Wir haben ja auf jeden Fall verscheucht. Der Bakker seine Lecke. Was? Ob zu eins er sein Geist und wir müssen ihn attackieren oder fragen, ob er ein Geist ist? Wir attackieren ihn. Er ist ein Geist, er ist ein Geist, er ist ein Geist. Er ist garantiert ein Geist. Er ist garantiert ein Geist. Ich sehe es auch. Und? Hast du alles bereit, dass du den Baseballschläger bereit hast? Ich habe ihn bereit, den Baseballschläger. Komm, Kasper, lass uns nach unten gehen, okay? Wir gehen jetzt einfach nach unten. Ja, okay, okay. Wir gehen nach unten und dann bin ich echt gespannt, was da sein wird, ne? Bin ich auch, bin ich auch. Ich hoffe, aber eigentlich ist es gut, nach unten zu gehen, weil der Keller ist eigentlich nichts Gutes, weißt du? Ja, aber wir können auch nicht durch den Sturm nach Hause gehen. Da sind 100 Meilen. Wir gehen nach unten, was soll schon passieren? Oh Gott, wo sind wir? Oh Gott, irgend so ein Verlies oder sowas, ne? Oh mein Gott, okay. Es endet hier und jetzt. Was? Oh Gott, kommt jetzt der Megamonster oder was ist los? Oh nein, ich glaube, wir sind in eine Falle getappt oder so, Kasper. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, da ist jetzt irgendwie so ein Megamonster. Oh Gott. Glaubst du, das Skelett wird lebendig? Ja, ich könnte es mir vorstellen. Okay. Freund, ich sehe das gar nicht aus. Okay, alles gut, komm. Komm, wir laufen hier weg. Geist? Ja, ja, ich glaube, wir dürfen das nicht berühren. Wo müssen wir jetzt lang? Hörst du das? Hä? Oh, da, pass auf! Oh mein Gott. Pass auf, da war der gerade, der vollte Geist. Pass auf. Anleuchten, anleuchten. Ah! Ich bin tot! Ich bin tot! Nein! Ah! Anleuchten, anleuchten. Oh mein Gott, der hat mich einfach direkt geholt. Ich leuchte ihn auch an. Ah! Ich leuchte ihn an. Okay, hast du ihn angeleuchtet? Ah! Oh, pass auf, pass auf. Ich leuchte ihn auch an. Ich habe ihn angeleuchtet. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Oh, wie viel Leben hat er denn? Sag mal. Schön, schön. Lass dich nicht treffen von dieser Welle. Nein. Ja, sehr schön. Ah! Ey, Mann, wie stark ist denn diese Welle von dem? So, jetzt hier. Ich leuchte ihn an. Okay. Ey, Mann, das ist so stark, diese Welle von dem. Er hat voll viel Leben. Ja, du musst es alleine machen. Jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt ist er schwach. Jetzt ist er schwach. Komm, komm, ran, 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 ran. Ja! Ja! Ja, du hast ihn... Wow! Nein! Schnell, pass auf, pass auf. Nein! Es ist doch mehr drauf. Es ist doch mehr drauf. Ja, ich mach's. Bleib stehen, bleiben stehen. Es ist auch mehr drauf. Ich boxe es da. Ich boxe es da. Bleib stehen! Es ist wie eine Spille! Ich schlag es kaput! Ich bin was tot! Ich bin was tot! Ich bin was tot. Ich bin was tot! Ah! Wo sind? Oh! Es ist doch wieder drauf! Ja, warum haben wir jetzt kommt der Pohrdergeist? Alter, wieder! Es ist doch wieder. Ich muss mir ein Leben kaufen. Oh! Ich kaufe mir Leben. So! Und Süßigkeiten. Wo kann man sich Leben kaufen? Oh, Laufen! Nein! Ach, Mann! Jetzt hab ich nicht aufgepasst! Ey! Pass auf, er attackiert immer noch. Also, irgendwie ist der Geist stärker geworden. Aber so, angeleuchtet den. Nein! Kaspar, Hilfe! Ich brauch deine Hilfe! Ja, ich kann halt gerade auch nicht. Ich brauch Robux! Hä? Hier ist gerade ein Skelett runtergesprungen. Ah, noch ein Skelett runtergesprungen. Was für zwei Idioten! So! Dann bin ich wieder, Broxo! Sehr gut! So, okay, also du hast die... Aua! Aua! Ey, ich bin direkt Wiat Froth! Ey, sag mal! Ey, das ist voll stark! Ich geb hier... Ich hab mir schon über 100 Robux ausgegeben! Ey, das ist voll stark, Kaspar, mas auf! So, jetzt komm! Das ist mega stark! Ey! Ich dachte, das wär's schon wieder gewesen. Also, dann hätt's für mich gereicht, ne? Dann hätt's für mich... Das hätt's für mich gereicht. Ah! Ey, nein! Es reicht mir! Nein, ich bin auch draufgegangen! Es reicht mir! Ich bin auch draufgegangen! Wie Rohr soll ich hier noch ausgeben? So, oh Gott! Komm, jetzt müssen wir ihn anleuchten! Also... Pass auf! Du musst auch warten, bis das steht weak! Jetzt ist es mit dem! Jetzt war's mit dem! Ja! Nein, Skelette! Nein! Ah! Ah! Ach! Du blöde Skelett! Du Haut und Knochen! Pass! Du musst so springen hier rüber und dann schnell dahinter! Ja! Wir haben's geschafft! So! Das raus hier endlich! Also das war echt ne gruselige Erfahrung! Ist so, muss ich auch sagen! Raus hier aus dem... Aus dem Loch! Komm, wir gehen jetzt! Kass mal, wir gehen jetzt! Ich mag das sowieso nicht mehr hier! Das ist ja besser! Yeah! Wir haben gewonnen! Wir sind entkommen! Also ich musste mich da auch echt oft zurückkaufen, ne? Also das war echt... Also ich sag's, wie ich's jetzt... Also das war... Das war schon witzig! War teuer! Das war witzig! Ich darf nicht abhauen! Ich darf nicht abhauen! Wie oft soll ich das denn noch anschreiben hier? Du musst es richtig aufs Ranschreiben, weil du einfach ein richtiger Dulli bist, Kaspar! Wie findest du denn Matheunterricht hier? Sag mal, der Lehrer schläft doch nur die ganze Zeit! Ich weiß, der ist genauso wie wir hier einfach am Einschlafen, ne? Denkst du, wir sollen hier einfach entkommen vor dem? Lass mal gucken... Lass mal... Wollen wir uns im Lehrerzimmer mal gucken, ob da vielleicht einer ist, der den wach macht oder so? Ja, der kann ja... Oh, warte mal! Hier ist eine Nicht-Ding-Ist-Nicht-Moggenzone! Oh, ganz wichtig in der Schule! Ganz, ganz wichtig! Ich glaube, das Lehrerzimmer ist abgeschlossen! Warum auch immer! Das sieht ein bisschen so aus, als wäre es zu... Warte mal, ich habe mit meinem Spiel, glaube ich, noch einen Apfel! Denkst du, der hat die Lehrer hier eingesperrt? Das wäre ja richtig verrückt jetzt gerade! Glaube ich nicht, oder? Ah, warte mal, da ist auch noch eine Tür! Vielleicht geht die ja auf! Mal gucken! Aber die sieht auch verschlossen aus! Hint uns! Er ist wach geworden! Was ist das denn? Oh nein! Er ist wach geworden! Lauf weg, Kaspar! Was glaubst du, machst du, hä? Glaubst du, der Unterricht ist schon vorbei? Alter, was ist denn mit dem los? Lauf los, er hat mich! Was, ehrlich? Er ist hinter mir! Ich bin Sackgasse, er hat mich auch! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Er hat mich geholt! Also anscheinend müssen wir vor ihm abhauen! Wo bist du lang gelaufen? Er ist hinter mir, er ist hinter mir! Er lauft geradeaus, lauft geradeaus! Ich bin gerade eben rechts gelaufen, auf Versehen! Immer geradeaus, immer geradeaus! So, geradeaus ist, glaube ich, der richtige Weg! Ja, geradeaus ist der richtige Weg! Ehrlich? Ah! Du bist so ein Asi! Geradeaus ist der falsche Weg! Du bist so ein Asi, sag das doch! Ja, hier ist der Lüftungsschacht! Und rein hier, oh Gott, da kommt der gerade, da kommt der, oh Gott! Oh Gott, okay, du hast recht, ich dachte, du veräppelst dich gerade! Okay, ich bin auch drin, ich bin auch drin, sehr gut! Alter, hier, schön! Alter, jetzt sind wir einfach hier im Lüftungsschacht, ne? Da denkst du, einer hat das auch gerade eben überlebt, der war, glaube ich, nicht so... Nein, ich glaube, der ist gestorben! Ich glaube, der ist auch gestorben! Der Arme, Leute! Guck mal, hier auf dem Boden, guck mal! Alter, hier sind einfach so blutige Handabdrücke, ne? Oder aus dem Kunstunterricht oder so, ist mal hier jemand irgendwelche Sachen! Vielleicht ist es auch ein Prank oder sowas! Das könnte auch sein, dass es ein Prank ist! Oh, warte mal! Ich will uns hier jemand trollen! Wir sind hier auf jeden Fall ganz, ganz, ganz... Iiii! Guck mal! Du hast hier das Rohr gebrochen! Wir sind also unter der Toilette anscheinend, ne? Alter, guck mal hier, hier wohnt auch irgendein gruseliger Hausmeister unter der Schule, ne? Das ist ekelig, Kaspar, das ist ja voll ekelig! Du wohnst doch hier unter der Schule, sei ehrlich! Nee, du wohnst hier, du verbringst hier deine Freizeit! Du machst ja deine Hausaufgaben hier unten, das machst du! Mach ich gar nicht! Ja, was ist denn dieses Reset? Nee, guck mal, guck mal, du musst dir eine Box nehmen und die musst du hier so hin platzieren! Ach, als ob! Ich kann das, lol! Und jeder muss das für sich machen! Kann ich auch einen Stuhl nehmen? Ich kann auch einen Stuhl nehmen! Oh Gott, ich habe einen Stuhl runtergehauen, leider! Warte, ich kann ihn nicht runterwerfen! Oh, okay, man braucht drei Boxen übereinander, man braucht drei Boxen übereinander, damit man das schafft! Hier lang? Ja? Okay, warte mal, ich hänge gerade, so, ich habe jetzt eine Box, die ist so einfach, wie es ausschaut, ne? Weil die Box hat... Ja! Ey! Hier, rauf jetzt, so! Die ist durchsichtig, aber nicht durchsichtig, ich kann dann nicht springen! Irgendwie, irgendwie komme ich hier jetzt hoch auf meine Boxen! Was soll denn das? Warte, ich glaube, ich muss rückwärts hingehen, aber wie soll das gehen? Jetzt habe ich's, okay, so... Hä? Ja, ich hab's, ich hab's! Okay, jetzt hier oben einfach drauf! Oh, warte! Ich bin rückwärts gesprungen, ich bin rückwärts gesprungen! Ja, und jetzt einfach noch raus... Ja, ja, sehr gut! Ja, siehste! High five hier! High five jetzt hier, was für ein Profi wir sind, ne? Ist so, ist so, sehr gut! Aber hier jetzt... Warte mal, hier ist doch bestimmt irgendwo noch ein versteckter Schlüssel zum, zum Lehrerzimmer, oder nicht? Ja, das wäre auf jeden Fall cool, wenn wir noch zum Lehrerzimmer gehen können. Ich gucke mal hier... Ah, hier ist ein verstecktes Abzeichen! Ich bin jetzt schon voll voll da! Hier? Stimmt, ja, stimmt, du hast recht, aber das hatte ich schon. Ich hab das irgendwie schon... Hey, das ist gar kein... Wir sind nicht voll veräppelt, was lauerst du? Ach so, ich dachte, das hätte ich schon eingesammelt! Also, echt! Okay, also hier ist keins, okay, hier ist keins. Aber hier ist doch bestimmt... Hier ist eins, oh mein Gott! Ist schon klar, dass ich dich sehe, ne? Ah, Mann! Ich dachte, ich könnte nicht veräppeln. Nein, 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 mit mir kannst du es nicht machen. Oh Gott, pass auf, wie so ein rostiges Rohr, da müssen wir aber ganz, ganz rostig sein. Ich weiß, es ist ein richtiger rostiger Aal, ne? Ganz, ganz vorsichtig jetzt hier rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ganz ruhig hier, ja, ja, aber passt, passt, passt so. Ja, dann laufe ich mal hier schön ein bisschen weiter und was ist denn das jetzt? Guck mal, das sieht aus wie so ein Robotermund. Ich kaufe mir jetzt die Schränkpistole. Ey, schrumpf mich mal bitte, schrumpf mich mal bitte. Ich schrumpf dich jetzt so klein, wie du sein solltest. Oh, oh, noch mal kleiner. Ich glaube, noch kleiner geht nicht, oder? Ne, ne, ich glaube nicht. Ich will auch klein sein. Alter, jetzt bin ich einfach so mini. Hey, ich will auch klein sein. Ne, 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 du bleibst groß, ich passe jetzt in jede Lücke rein, ne? Hä, das ist ja voll unfair jetzt gerade, ne? Warte, müssen wir wieder boxen bewegen. Ich kann einfach hier außen, ist hier der Lehrerschlüssel irgendwo? Ne, mit deinem Lehrerschlüssel. Tja, wo bin ich versteckt? Ja, das ist voll unfair, aber du bist voll klein. Ich kann hier einmal wegtreten. Ja, gar nicht, hör auf. Okay, warte mal, hier ist so ein Hebel. Strom. Die Power anmachen. Drücken. Ist es hier, guck mal, jetzt sind hier diese Dinger da hochgefahren. Ach so, sonst wären die, die waren eben, glaube ich, eingefahren, ne? Oh, Alter, das ist ganz schön schwierig, dass ich das hier als Mini-Mii mach. Du bist einfach mini, Kasper. Was ist denn das hier jetzt alles? Oh, nee, das ist 800 Robax, also irgendwo reicht das auch, ne? Ja, das ist ein bisschen teuer. Ich will auch klein werden, ist das wie irgendwo so ein Abpraller oder sowas? Ich kaufe mir eine Schwingpistole und ich kann nicht klein sein, ne? Hä, kannst du gegen die Wand feuern? Guck mal, gehen wir hier zur Wand ein Feuer gegen. Ja, das funktioniert leider nicht. Ich gehe die ganze Zeit durch. Ach so. Das ist ja ärgerlich, Leute. Okay, dann kommen wir jetzt hier, wir können jetzt die Leiter auch geben. Alter, die ist für mich, die fühlt dreimal so hoch wie für dich. Hier sieht, aha, ich komme da gar nicht hoch. Du brauchst viel länger. Ich komme auch gar nicht hoch. Oh, nee, was ist das denn jetzt? Ich bin zu klein für die Leiter. Oh, nee, kannst du mich nicht größer machen? Warte mal, nee, ich habe nur die Schwingpistole gekauft. Ich schieße die jetzt ab, warte mal. So geht's. Ja, mach die klein, mach die klein, dann kommt die. Hey, Mann. Ich habe die, glaube ich, klein gemacht gerade. Und die fällt runter. Ja, die ist runtergefallen. Ey, ich habe hier voll die Probleme hochzukommen. Ja, hau rein, Kasper, ich gehe jetzt hier. Hey, was soll das? Kannst du mich irgendwie groß machen oder sowas? Nee, ich habe nur die Schrumpfpistole gekauft, nicht die Vergrößungspistole. Dann kauf doch mal die Vergrößerungspistole. Kauf doch selber die Pistole. Oh, warte mal. Oh nein. Geheim Weg. Wie, geheim Weg? Ich schaff's irgendwie. Ich schaff's irgendwie. Du schaff's, stimmt. Ja. Ich muss hier Stufe für Stufe machen. Ich bin halt ein bisschen klein. Challenge, die du gerade machen musst, ne? Ja, ja, so, zack. Ja, noch ein Stück. Und. Oh, 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 ja. Okay, sehr gut. Oh Gott sei Dank. Versteht ihr? Es ist immer noch hier. Was ist immer noch hier? Wir können das Auto nehmen. Stimmt. Ach, 400 Robux. Das ist mir zu teuer. Jetzt sind wir wieder oben in der Schule, ne? Irgendjemand soll hier sein. Hinter mir ein Roboter. Oh, oh, oh. Ein Saugroboter oder sowas. Oh, der ist direkt an mir dran. Oh, der ist schnell, der ist schnell, der ist schnell. Ey, ab mich. Wir können aus nichts. Nein, 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 nein. Ja, rechts war bisher richtig und dann links rum. Okay, weiter links. Ich geh jetzt ding ins. Nein, hey. Hat er dich? Nein, aber er ist viel schneller als ich. Ist voll unfair. Okay, rechts, links. Warte mal. Was dann? Ey, ich war gerade beim Ziel, glaube ich. Was dann? Was dann? Was dann? Dann rechts danach, oder was? Rechts, links und dann immer links halten. Und so, das kommt dann da oben an. Links, halt? Ich bin dann rechts gegangen. Nein. Rechts halt ist nicht gut. Er gibt voll Stille. Links halten? Ich weiß, der ist auch schneller als du. Der ist schneller als du. Du musst das Ding schnell finden. Der ist gut. Der Pfeil ist sehr gut. Ich höre ihn direkt hinter mir. Hier lang? Umso. Hier würde ich auch sagen. Die Tür ist zu. Oh mein Gott. Ich habe es geschafft. Das hätte jetzt gerade richtig böse enden können. Jetzt hier links, oder was? Wo du durchgehen kannst. Wo lang? Hier, die Tür. Ja, hier ist sie. Oh mein Gott. Alter. Gerade so. Hau ab. Hau ab. Gerade abgehangen. So, hier rum. Nicht diese Bärenpfeilung hier, bitte. Hallo. Ja, ich habe es. Ich habe es. Ah. Hey. Mann, hör doch auf. Jawohl, Alter. Du Finn, du bist mich nicht. Du Finn, du bist mich nicht. Du wirst niemals wissen, wo ich bin. Nein. Aber das Ding ist, du könntest dich auch hier verstecken können. So weiter unten. Guck mal. Ich kann nur bis hier hingehen. Ich passe hier wenigstens drunter. Das ist echt voll verrückt. Bist du halt zu dick für? Lass mich hier hochgehen, weil ich glaube, hier oben, hier oben sind so Laser. Laser. Jo, die sehen richtig crazy aus. Okay, vorsichtig. Hier kann ich mich auch in dem Spinn verstecken. Guck mal. Ich konnte hier einfach, das kannst du nicht. Ich glaube, dafür bist du zu groß in dem Spinn, oder? Also, du hast auch echt mal jemanden Schaden, ne? Das ist ja ganz richtig entspannt, dass ich da hoch konnte. Oh mein Gott. Was ist das denn? Das ist das Lehrerzimmer. Unsere Mitschüler. Teachers only. Das sind die Lehrer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da soll ich nicht zu nah an die Lehrer rangehen. So, warte. Oh, ich hab's. Ich hab's. Immer schön über die Stühle rüber. So, sehr gut. Und schubst dich. Und. Oh Gott. Hey, was solltet ihr das? Ey, was? Die Sporthalle. Ey, ich hab dich voll geschubst jetzt. Ey, wieso bei der Sporthalle? Nein, nein, nein. Die drei Knöpfe finden. Hier ist einer. Hier oben auch einer. Drücken, drücken. Nein, ich hab ihn gedrückt. Drücken, hab ich gedrückt. Oh Gott, der ist hier hinter mir. Zwei. Oh nein. Haut ab, bitte. Alter, die können klettern. Ja, ich weiß. Die können klettern, Kaspar. Hast du schon zwei Knöpfe gedrückt? Nee, 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 hab ich noch nicht. Hier doch, jetzt hab ich den zweiten. Zack, zweiter Knopf. Und jetzt der letzte. Ich hab zwei Stück schon gedrückt. Der letzte ist halt beim Spawn direkt rechts. Ich hab ihn. Ich hab alle drei gedrückt. Ich hab auch alle drei gleich gedrückt. So, zack. Er schneidet mir den Weg ab. Oh, ich hab's gerade so geschafft. Ich hab's gerade so geschafft. Oh Gott, der kommt, der kommt. Nein, das ist so knapp. Er wird sich locker holen, ne? Nein, 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 nein. Ey, was? Millimeter, na komm schon. Das war gerade, ja. Alter, sehr gut. Das war nicht überdringend knapp gerade, ne? Und jetzt hier sprinten, oder was? Das können wir, glaube ich, dadurch schnell... Oh, wabah. Yibi. Oh, wabah. Und zack, zum nächsten. Und noch einmal. Und zum nächsten. Zack, und noch mal. Sehr gut. Oh mein Gott, ich wollte gerade fast... Ja, ich wollte gerade sagen, man muss ja richtig vorsichtig sein, ne? Was das hier angeht. Ich muss nicht spät abspringen. So, warte, hier noch über die Laser rüber. Ah, jetzt geht er noch weiter. Ich dachte, es ist schon vorbei. So, zack. So, hier rauf. Und zack. Ey, ich komm hier mega gut voran. Und, ja, du wirst es niemals schaffen. Über die Laser rüber kein Problem. Was? Ich werd das niemals schaffen. Was redest du denn da? Das schaffst du niemals. Zack, hier rüber. Ich hab... Oh mein Gott, Hauptsache, du machst mich nicht in der Luft auf einmal klein, ne? Ich bin schon mega weit. So, wo bist du denn? Ach, bist du hier schon über diese Treppe, über die Brücke rüber? Bist du... Hey, wo bist du denn? Ich hab mich hier hinter der Tür versteckt. Ach, du warst hinter mir. Loll. Ich dachte, du wärst schon rüber. Hör auf jetzt. Hör auf damit, hab ich gesagt. Oh, nein. Hey. Du bist ein Mini jetzt. Du bist ein ganz Mini. Was warst du das? So. Ich hoffe, die Sachen brechen alle runter. Die brechen ja schon alle runter. Deswegen ist das Schlimme. Jetzt sind wir hier draußen. Wir müssen jetzt hier... Was ist hier? Nein, wir müssen gegen ihn kämpfen. Oh nein. Gegen Mr. Nice mehr. Schieß auf den Kostmann. Bleib oben. Dann kann er nichts machen. Bleiben oben, ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Guck mal, er kann jetzt machen, wenn er oben sind. Hä, der ist ja voll schlecht. Alter, was da aufhört, Laser? Oh mein Gott, so eine komische Gartigkeit hat er da. Schieß drauf mit RPG. Schieß drauf mit RPG. Ich feuer drauf, ich feuer drauf. Warte, ich hab ne Idee. Ich geh runter, du gehst nach oben. Oh, der macht irgendwas, der macht irgendwas. Nee, wir machen, wir haben jeder einen eigenen. Oh mein Gott. Ach so, okay, warte. Ich schieße auf jeden Fall. Ich feuer auf den, ich feuer weiter auf den. Der ist schon halb tot, der ist schon halb tot. Jetzt bin ich runtergesprungen. Der wird dich auch erwischen, der wird dich auch gleich erwischen, ne? Nix da, ich bin Profi. Oh Gott, der Laser aktiviert gleich den Laser. Oh, jetzt macht er. Ich hab schon Hälfte weg. Oh mein Gott, gut, dass ich aufgewischen bin. Ich hab schon Hälfte weg, Kaspar. Ja, ich hab ihn schon gleich weg. Und? Oh, warte. Meiner ist auch gleich weg. Eins. Oh, er hat mich geholt. Er hat mich geholt. Bam! Und ich mach zu ihm Altmetall. Aber das Ding ist, er respawned nicht, ne? Ich kann ihn, hab ich ihn klein gemacht gerade? Ja, ja, der ist tot, der ist tot. Warte. Ich hab's geschafft. Warte, meiner ist auch gleich tot. Zack, bam. Bam. Ich feuere mit drauf dabei daheim. So, hier irgendwo rüber. Zack, ja, Mann. Er macht irgendwie 360s oder sowas, ne? Ja, ja, die Maschine dreht durch. Und wir können jetzt mit dem Bus fahren, oder was? Ey, ich dachte schon, ich komm hier nicht rein. Oh Gott. Ey. Oh Gott. Sag mal. Was macht der Bus? Du bist zu schwer, du bist zu schwer. Hey. Wo bist du? Der Bus, was macht der da? Ein Seitwärtssalto oder sowas. Ey, der rutscht immer mehr schräg. Ey, hängt der jetzt gerade in den Bäumen fest? Ich bin rausgefallen. Ich bin rausgefallen. Ich muss hier jetzt gerade laufen. Ich laufe gerade vorne zum Bus hin, ne? Ja, ich laufe auch gerade den Weg hinterher. Ist da noch voll lange der Weg? Nee, geht, geht, geht. Wir müssen auf jeden Fall richtig weit noch... Nee, nicht richtig weit. Aber da vorne ist der Weg. Da ist doch irgendwas. Ich glaube, der Typ kommt gleich mit seinem Bus. Wir können uns einsammeln. Hier, da ist der Bus reingefallen hier. Warte, ich komme mal. Ja, oh mein Gott, das ist das Ziel. Ich bin noch weiter weg. Ich komme gerade, warte. Oh Gott, die kommen immer schneller. Da bist du, hier. Ja. Und hier ist einfach das Ende. Ist echt das Ende da? Wo? Hier ist das Ende, hier ist das Ende. Hier müssen wir runterspringen. Guck mal, siehst du, wo ich bin? Warte, warte, warte. Lass zusammen runterspringen. Lass zusammen runterspringen. Okay, 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 okay. Drei. Zwei. Ey, da bin ich ja. Drei. Eins. Und ich auch. Ey, was? Wie cool sieht das denn auch? Einfach einer von Rainbow Friends sogar. Alter, wie cool. Ey, mega, mega cool. Nicht schlecht, ey. Ja, Mann. Kaspar, Kaspar. Lass mal hier entkommen. Ich hab's so satt hier in der Schule, ne? Ich hab wirklich keinen Bock mehr. Ich sag's dir, Alter, das macht gar keinen Spaß mehr. Wir sind einfach nur hier raus. Hier auch, der Regen. Ich hör mir jetzt ganz über den Stuhl um. Hör mal, auf damit, sag mal. Nicht hier randalieren. Ich bin hier wütend. Warte mal, da steht, sie beobachten dich? Steht da? Wer, die Lehrer aus dem Lehrerzimmer, natürlich. Ach so, ja gut, okay. Ja, dann komm. Dann lass mal rausgehen jetzt. Hier können wir hier einfach rausgehen. Was ist das denn? Oh Gott. Oh nein. Ist er hier, oh Gott, Hilfe. Rette mich, ritte mich, ritte mich. Ich hab's gesehen. Links, oder? Was ist das für ein Teil? Ich bin links lang, ich bin links lang. Ich bin auch jetzt gerade links. Ich hoffe, es ist richtig. Wehe, du hast mich jetzt hier. Ja, ist richtig, ist richtig. Falsche Fährte gelockt oder so. Nein. Nein, du bist links gemischen. Da war ein Pfeil an dem. Sackgasse, nein. Oh Gott, au. Was ist das für ein Teil mit so großen Ohren? Und ich bin durch den Lüftungsschacht. Was ist das für ein Teil? Ist das hier irgendwo? Hilfe. Ja, ich seh's bei mir gar nicht mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es verfolgt mich gar nicht, okay? Ich kann jetzt einfach hier in den Lüftungsschacht gehen. Ich warte ja auf dich. Wo bist du denn? Ich bin links gelaufen. Ja, links lang. Und dann nochmal irgendwo links. Ja, hier nochmal irgendwo links bin ich gerade. Und da bist du oder bist du? Da, ich seh dich. Ich seh dich. Ich komm, ich komm. Oh mein Gott, Alter. Alter. Kommt ihr hier? Ich weiß gar nicht. Schnell weg hier, ey. Ist mir auch egal. Was war das für ein Teil? Ganz schnell weg, Freunde. Ganz schnell weg. War das eine Lehrerin, eine neue? Oder was war das für ein Teil? Ich glaub, das war echt so eine neue Lehrerin, Alter. So, okay. Ich hab ein bisschen Angst, dass hier jetzt irgendwas komisches ist. Kann ich hier mir das Jetpack holen? Ey, hör auf, die Vorobachs da irgendwas kaufen. Na gut, okay. Vielleicht später. Vielleicht kaufen wir später, Freunde. Vielleicht später. Lass uns hier erstmal lang gehen. Wir müssen jetzt hier aus dieser blöden Schule rauskommen. Ich hab echt keinen Bock mehr auf Mathe. Guck dir das doch mal an. Was ist das denn für eine komische Schule? Die sieht irgendwie ein bisschen verrückt aus, habe ich das Gefühl. Ich will dir mal eine Matheaufgabe, okay? Das hatten wir nämlich gerade im Unterricht. Hau raus, hau raus. 15 mal 15. Oh, warum machst du direkt so schwierig, Alter? Bruder, komm, sag. Hä? Äh, 125. Nein. Na, du hast fast, fast. 125 nicht. 225. Ganz genau. Sehr gut. Ich wusste das, ich hab dich nur getestet. Aha, ah, ja. Okay. Ja, wirklich. Stell du mir mal eine Aufgabe. Stell du mir mal eine Aufgabe. Okay, äh, 20 mal 20. Ja, also wirklich, das ist ja eine Baby. Das kann ja jeder, schreibt mal in die Kommentare die Antwort. Das kann ja jeder wissen. Dann machst du 26 mal 26. Also du bist ja so ehrenlos. So groß, ich kann nur bis 20 mal 20. Das muss da drunter sein. Na gut, okay. Dann mache ich 17 mal 17. Äh, 349. Okay. Keine Ahnung, ob das stimmt. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Das kann gar nicht stimmen. Doch, das kann stimmen. Na gut, okay. Das kann stimmen. Soll ich dir den Trick verraten, wie man das immer ausrechnen kann? Nein, will ich gar nicht hören. Na gut. Na gut. Dann sag ich dir halt nicht meine krassen Mathe. Dann sag, dann sag, dann verraten. Nö, nö. Dann verraten. Okay, ich hab dir jetzt gesagt, ich darf verraten. Nein, alles gut. Ich sag den jetzt nicht mehr. Nö. Ja, dann färst du dir da ja den Lehrer weg. Guck, ich werde jetzt erst mal... Ah, das geheime Abzeichnis übersehen. Haha. Wahrscheinlich ist da irgendwas. Hä, das ist hier der Raum, Idiot. Ja, dann halt nicht. Okay. Dann halt nicht. Das ist hier. Zeig mal. Ich fall da auch jedes Mal drauf rein. Da ist der nicht viel auf der Seite, ist der nicht der Raum. Ach, du bist so ein Dulli. So. Das glaub ich dir jetzt im Leben. Hä, ja gut, dann halt nicht. Dann hab ich halt das jetzt für mich alleine geholt. Kein Problem. Iiii. Oh. Alter, da vorne ist vollgepinkelt. Alter, ich hab noch nicht gespült. Jetzt geh weg da. Das ist ekelhaft. Okay, dann. Ich hab nichts dafür, mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Wo sind wir denn jetzt? Alter. Oh mein Gott, hier das Abzeichen. Leute, wie krass. Das hat man wirklich bekommen. Lava Wall. Was soll das denn für eins sein? Lava Wall. Also echt. Okay, ja gut. Ja, hätte klappen können, dass du drauf reinfällst. Sind das Haie da unten? Nein, ne? Sag ja so aus. Nein, das sind wirklich komisch. Naja, kein Problem hier auf jeden Fall. Kein Problem mit der Titanic. Oh Gott. Ah, ich weiß nur, dass ich hier heute nicht einmal drauf gehen werde. Ja, okay. Dann können wir jetzt ja wetten. Du wirst nicht über jeden Fall drauf gehen. Wir wetten mal nicht um Geld, sondern wir wetten darum, dass du ein Jahr lang meine Hausaufgaben machen musst. Ja, okay. Und wenn ich gewinne, musst du ein Jahr lang meine Wohnung putzen. Also, das ist ja so ein schlechter Deal. Gleiches Ding. Ich hab jetzt mit allem gerechnet. Ich hol dir von mir aus ein halbes Jahr lang jeden Morgen Kakao. Soll ich sowas machen? Wohnung putzen. Alter. Als sie. Wenn ich du wäre, würde ich auch nicht drauf gehen, ne? Du wolltest ja im November kommen. Wenn ich du wäre, würde ich auch nicht drauf gehen. Verdammt. So, und jetzt hier Sprung. Oh Gott, oh Gott. So. Okay, was haben wir jetzt hier vor uns? Was ist jetzt hier? Oh nein. Nein, 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 nein. Hausaufgaben will ich nicht machen, aber weg gehen jetzt hier von diesem komischen neuen Lehrer oder sowas. Hast du auf den Knopf gedrückt an der Seite? Nein. Ja, dann hast du selbst schuld. Oh, das hier. Dann hast du selbst schuld. Oh mein Gott, ich sterbe aber nicht, ich sterbe aber nicht, ich muss mal mehrere drücken. Ja, man muss mehrere drücken. Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott, der ist direkt hinter mir ein Meter. Alter, der ist direkt hinter mir. Wo ist denn noch jeder andere Knopf? Oh mein Gott, hier in der Ecke ist noch einer. Es sind insgesamt drei Stück, jetzt habe ich sie alle gedrückt. Warte, ich drücke ihn jetzt auch gerade, Alter, das kann nicht sein. Oh mein Gott, weg hier, weg hier. Okay, jetzt hast du mich nicht ge... Ich habe gesagt, ja, ich habe etwas aufschließen gehört, okay. Jetzt muss die Tür nämlich offen sein. Ja, jetzt ist es auch bei mir, bei mir ist es offen. Ich mache, gehe durch hier und... Oh mein Gott, war das knapp. Was? Alles gut. Ich bin nicht draufgegangen, ich bin nicht draufgegangen. Nein, du bist aber nur verschwunden. Ist richtig. Ich bin nicht draufgegangen. Ich war... Musste kurz was nachgucken. Ja, genau, Kaspar. Hallo, das zählt dir nicht. Der war direkt gespawnt. Der ist direkt gespawnt, als er da war. Ja, ja, genau. Ja, ist ja so. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube dir, auf jeden Fall. Ja, zu einer Prozent glaube ich dir, ja. Hä, was ist denn? Natürlich. Ich habe jetzt hier erstmal ein Laserschwer, damit ich dich erstmal schön aufspießen kann. Das war ja klar, dass du dir sowas brauchst, ne? Ja, alles gut, okay. Alles gut. Alles entspannt. Warte mal, lass mal kurz gucken, was hinten... Ah! Was ist hier noch? Was hast du gemacht? Hast du den gehauen? Ja. Was hast du dir... Du hast den jetzt gekauft, oder was? Oh mein Gott, das Abzeichen. Ich glaube, wir müssen hier in den Bus reingehen, ne? Meinst du? Jetzt hör auf! Ne, weißt du was? Den hole ich weiter. Weißt du was? Das ist jetzt so gut. Ich fahre jetzt mit dem Bus los. Okay, warte, ich komme auch. Tschüss. Ich bin auch im Bus. Tschüss. Hey, warum fährt deiner? Warum fährt meiner nicht? Jetzt fährt meiner. Wallen fischen. Wallen fischen. Ich werde es nicht mehr schaffen. Wallen fischen. Also du hast doch gar keine Chance da hinten. Du bist doch eine Narbe Bröte. Hallo, ich habe mein Laserschwert, ne? Und wenn ich das benutzen möchte, dann werde ich das benutzen. Ich will dir mal einen krassen Trick zeigen, was ich kann. Okay? Das willst du zeigen, ja? Zeig mal. Pass auf, pass auf. Du machst so. Zack. Und guck mal, wie hoch ich springen kann. Wow. Wollt du so springen? Wow. Hast du dir was geholt hier? Nice. Oh, und weißt du, was ich dir jetzt auch habe? Warte, pass auf. Komm mal mit mir mit. Ich will dir mal was zeigen. Komm mal mit hier zum Start. Okay, ja, weil ich komme mit dem Start. Ja, was ist denn? Ich muss dir nämlich mal was zeigen. Hier vorne, hier, ist das Lehrerzimmer. Warum bist du jetzt so schnell? Broxford hat ganz gerne Hausaufgaben gemacht. Schnell, holt ihn euch. Ey, ey. Bleib stehen, du war Bauke. Ich hoffe, das funktioniert. Wo bist du? Oh nein, wo bist du jetzt? Oh, nein. Hau ab. Nein. Yeah. Oh nein. Yeah. Oh Gott, ja. Nein. Nein. Ich bin der beste Jedi der Welt. Wir müssen probieren, Miss Anytron zu entkommen, denn die ist anscheinend verrückt geworden, der Roboter hier, Leute. Also auf jeden Fall ganz, ganz crazy. Und hier können wir auf jeden Fall schon mal auf den Knopf drücken und dann können wir quasi den Feueralarm auslöschen und damit gehen quasi die Tore auf. Also wir können jetzt schon mal entkommen. Schnell, sie ist unter Strom gesetzt. Das heißt, hier will sie es jetzt die ganze Zeit verfolgen. Nein, Freunde. Drückt auf jeden Fall gerne auf den Like und Abonnenten, wenn ihr noch mehr so möchtet. dreht einmal ganz so ein Handy. Drückt nur auf die Glocke, Freunde. Vergesst auf jeden Fall nicht, dass jetzt auch noch Adventskalender draußen sind, Freunde. Das heißt, die könnt ihr euch auf jeden Fall auch noch easy holen. Einfach Link in der Beschreibung. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir jetzt hier einen Ausweg finden. Nein, die ist direkt hier. Oh Gott. Oh Gott, die ist direkt hinter uns. Nein. Oh, Leute. Wir müssen irgendwie den richtigen Weg finden, um quasi vor ihr zu kommen. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal hier rechts rum. Das wird wahrscheinlich alles easy sein, Freunde. So, jetzt sind wir hier gerade rechts rum gelaufen. Jetzt sind wir hier in so einer Riesen... Äh, da kommt sie auch schon, Freunde. Nein, bitte, lasst uns da vorne durchgehen können. Nein. Oh, Mann. Dann laufen wir jetzt diesmal, ich würde sagen, ganz, ganz rechts rum. Oh Gott, die ist ja direkt schon da. Hä? Warum ist die denn direkt schon da, Leute? Was ist denn das jetzt? Die ist direkt hinter mir. Seht ihr das? Okay, warte mal. Es sieht richtig aus, glaube ich. Ich glaube, es sieht richtig... Nein, das sieht nicht richtig aus. Oh Gott. Oh, da müssen wir langen. Da ist ein Pfeil. Okay, die ist trotzdem ganz... Oh, die ist so nah hinter mir, Leute. Hier müssen wir rein. Hier müssen wir rein. Oh. Okay. Gut, wir sind, glaube ich, entkommen, Freunde, vor der jetzt erstmal vorzeitig und müssen jetzt hier durch so ein... Was ist das hier? Kanalisation oder so? Hier müssen wir auf jeden Fall durchgehen. So, vorsichtig. Hier auch die Laser auf jeden Fall nicht berühren. Ey, Leute, das Ding ist, ich habe noch gar keinen Checkpoint geholt, fällt mir gerade auf, ne? Hä? Ich habe noch gar keinen Checkpoint bekommen. Okay, das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier auch weiterhin vorsichtig bleiben. So. Oh, oh, oh. Oh mein Gott. Oh. Ah! Was, ey? Über die rostigen Teile kam er gerade gar nicht rüber. Ah, zum Glück wurden hier doch Checkpoints gesetzt, aber die sieht man nur einfach nicht. Okay, also das heißt, zwei von denen gehen einfach sofort kaputt. Okay, das ist gut zu wissen. Oh Gott, hier bitte auf jeden Fall nicht zerdrückt werden. Das wäre sehr, sehr nett, wenn wir da nicht zerdrückt werden. So, hier ganz kurz. Okay. Dann können wir die Leiter wieder hochgehen. Ey, Leute, jetzt sag's euch, ne? Wenn die gleich wieder kommt, wir brauchen halt irgendwas Wasserartiges oder so. So, hier. Oh, okay. Das war ganz schön knapp. Das war auch riskant, was wir gerade gemacht haben. So, sind wir hier in der Turnhalle. So. Turnhalle. Sieht ihr noch? Okay, wir müssen da vorne zur Tür hin. So, alles ist doch alles easy, ne? Können wir hier den Ball nehmen? Geht das? Ne, leider nicht. Okay, dann gehen wir mal ganz kurz zur Tür. Oh! Oh Gott! Okay. Wie soll ich denn jetzt dann kommen? Ich muss jetzt einfach einen großen Bogen laufen, glaube ich. Ich glaube, er ist einen großen Bogen, Freunde. Ich hätte, glaube ich, nicht mehr laufen können. Okay, vorsichtig. Wir müssen jetzt, glaube ich, hier... Nein! Wir hätten rechts rum gemusst. Oh, Mann. Okay, das heißt, hier wird es da vorne wieder kommen. Aus der Tür. Wir müssen jetzt am besten einen richtig großen Bogen laufen, damit die uns quasi nicht holt, Leute. Und dann... Oh Gott, die ist doch schon so nah dran jetzt hier. Wie soll man das denn schaffen? Das wird richtig schwer. So. Gott, die ist so nah dran. Okay. Hier und hier durch die Tür. Gott, die verfolgt uns. Schnell hier runter. Oh! Die war gerade so nah dran und... Hier ist ein Ballon. Hä? Hallo? Ne, das springen wir natürlich nicht runter. Da gehen wir... Leute, da gehen wir auf gar keinen Fall runter. So, jetzt hier kurz über die Teile rüber springen. Alles easy. Und dann auch hier rüber jumpen. Oh, bis zum Geht nicht mehr. Oh, Leute, ich sag's euch, ne? Diese Miss Annie, die wird auf jeden Fall nicht erfreut sein, dass wir abgehauen sind aus der Schule. Die ist halt sehr, sehr hinter uns. So, jetzt müssen wir hier auf jeden Fall langlaufen. Durch die Kanalisation quasi durch. Und dann hier nochmal ganz los hochklettern. Oh, ohne Spaß, ne? Ich sag's euch, wenn ihr uns weiterverfolgt... Okay, wir müssen aufpassen auf die Ente. Auf welche... Auf welche Ente? Hä? Hä? Nein. 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 Wir sollen irgendwo Enten sein. Ich weiß noch nicht, wo. Geradeaus geht nicht. Oh, die Killerente. Gott. Leute, okay, wir müssen jetzt irgendwie hier gucken, dass wir den Weg nach draußen finden. Oh, die ist direkt bei uns. Die ist direkt bei uns. Da geht's lang. Oh, da müssen wir durch. Da müssen wir durch. Oh. Ey, uns hat gerade fast die Killerente geholt, ne? Okay. Oh, die Teile da oben. Okay. Müssen wir beim Klettern mit mir veraufpassen, dass wir nicht aufgespießt werden. So schnell klettern. Hier genau dasselbe Ding. Und jetzt schnell. Okay. Alles easy. Wir haben es auch wieder überlebt, Leute. So muss das auf jeden Fall sein. Alter Schwede. Das war auf jeden Fall echt gerade eine Tour, die wir gerade gemacht haben. So, jetzt hier müssen wir durch. Hier sind auf jeden Fall noch ein paar Laser und so. Okay. Vorsichtig hier mit den Lasern. Oh, was steht hier? Oh, was ist das hier? Oh, die haben gelogen. Alle so, tut mir leid, wir werden hier niemals rauskommen lebendig. Oh mein Gott. Okay, Freunde. Also hier haben anscheinend schon die anderen Schüler immer aufgegeben und schon Sachen an die Wand gekritzelt. Aber wir geben auf gar keinen Fall auf. Also wir werden auf jeden Fall probieren, das Ganze jetzt zu überleben. Was ist denn da? Warte mal. Was ist das, wenn man jetzt hier in so einen Raum reingeht? Geht das? Nee. Okay, was ist das, wenn wir hier reingehen? Geht das? Auch nicht. Okay. Ich dachte gerade, wir können vielleicht irgendwie so einen geheimen Raum finden, wo wir vielleicht wenigstens ein Abzeichen oder sowas haben. Aber nein, das haben wir natürlich auch nicht. So, jetzt hier vorsichtig an den Bären fallen vorbei. So. Okay, okay. Jetzt müssen wir hier, glaube ich, rechts gehen in die Kunstklasse. Und da steht auf jeden Fall wieder irgendwas auf dem Boden. Oh, oh, wie sollen, oh, wie sollen den Mannequins ausweichen? Okay. Ja, ist ja kein Problem, ne? Easy peasy, Leute. Hier, ohne Probleme. Weil ich mal ganz kurz den Mannequins ausweichen. Ich will nicht wissen, was passiert wäre. Weil, vor allem, seht ihr das, was die da so malen? Das da? Oder das da? Also, ich will nicht wissen, was passiert wäre, hätte ich die berührt, ne? Also, besser ist das, dass wir die nicht berührt haben. So, komm. Wir sind schon mal draußen. Wir machen Fortschritte, Freunde. Wir sind schon mal draußen. Da, wo man quasi... Und es regnet auch nicht. Das heißt, ein Mannequin kann gerade gar nichts machen. Fällt mir gerade ein, ne? Warte mal, müssen wir... Ah! Nein! 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 Och, wir sind wieder drin. Ey, das kann mir nicht angehen, dass wir jetzt wieder drin sind, Leute. So, hier. Kurz. Ah! Ne, wir können ja leider nicht hochklettern. Okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir nochmal... Oh! Hier anders lang. So, okay. Kein Problem. So, hier einfach durch. Ey, krass. Das heißt, wir sind gerade einfach durchgefallen. Und er kam, die Dreckung hat es geholt. Und es gab auch gar keinen Entkommen, Leute. So, hier ist auf jeden Fall nichts versteckt oder so. Ne. Ich hätte ein Abzeichen. Was ist das da für ein Licht unten? Ähm... Hä? Oh nein, warum sind wir jetzt wieder in der Schule? Jetzt sind wir in der Cafeteria. Okay, das... Ich sehe schon, komm, die werden gleich von vorne kommen, Leute. Wir müssen da irgendwie entkommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Ding? Hilfe! Was ist das denn für ein Roboter? Leute! Oh! Oh! Okay. Hier durch. Nein! Nein! Ah! Der ist direkt hinter uns! Ah! Wir müssen hier durch, Freunde! Nein! Rechts! Oh! Habt ihr gerade gesehen? Es war rechts einfach der Lüftungsschacht. Ich glaube sogar, ich muss hier so ein bisschen warten, bis der erstmal seinen Weg gemacht hat und dann erst laufen. Ha! Ich glaube, das ist die Taktik, Leute. Ja, damit er einmal hier um den Tisch rum muss. Oh mein Gott, der ist trotzdem so nah dran. Warum ist der so nah dran? Hä? Oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin entkommen, Freunde. Okay, also wir haben es geschafft. Ich bin schon mal entkommen von dem komischen Typen aus der Cafeteria. Ihr müsst jetzt anscheinend schwimmen. Okay, warte mal. Hallo? Ah! Ach so! Ihr müsst dann durch die Lüftungsschächte schwimmen. Aber es sind ja gar keine Lüftungsschächte. Es sind ja eher so Wasserschächte hier unten, ne? So, jetzt hier vorsichtig einmal ein wenig durchschwimmen. So, okay. So, komm. Bisschen tauchen jetzt hier. Also es ist ja ja tauchen, ne? Als schwimmen. Und jetzt müssen wir nach oben. Okay. Ab geht's, Luft holen. Und wo sind wir hier raus? Oh, wir sind hier irgendwie in der Schwimmhalle oder so rausgekommen. Hm. Ist da oben was? Auf dem Zähner oder so? Ja, wir können auch gar nicht hochklettern. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz hier raus, Freunde. Wo sind wir denn jetzt? Hä? Oh! Oh, wir sind wieder draußen. Geht zum Bus. Ja, wo ist der Bus? Komm schon, Bus. Ich brauche die jetzt gerade. Wenn ich dich einmal gebraucht habe, dann jetzt. Nein! Da ist die schon wieder. Okay, pass auf. Wir laufen einmal ganz kurz hier um den Tisch. Ey, was? Es kommen zwei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben die Ente und die hinter uns. Wo ist der Bus? Leute! Die ist schneller als ich. Und da kommt noch einer. Was? Hilfe! Wo kann ich denn den Bus ansteigen? Hier! Einsteigen! Oh! Ja! Guck mal, die sind gerade einfach alle gekommen. Der Typ aus der Cafeteria, die Lehrerin und die Ente. Und die hauen den Bus auch noch. Und jetzt fährt er auch noch schief. Heißt das, dass wir jetzt entkommen sind? Oder kommt vielleicht noch irgendwie ein anderer Endgegner jetzt hier? Ich habe das Gefühl, da kommt vielleicht noch ein anderer Endgegner, der uns gleich den Bus aufhalten lässt. Oder irgendwie sowas. Mal gucken, was hier gleich... Also, sieht ja eigentlich schon relativ gruselig aus, ne? Wo sind wir denn jetzt hier gerade? Okay, wir fahren noch ein bisschen rum. Kein Problem. Ich fahre gerne rum, muss ich sagen. Ja? Im schiefen Bus auf jeden Fall. Ah! Was ist da vorne? Oha! Okay, also wir haben... Oh, Leute! Jawohl! Wir haben es geschafft! Leute, ganz schnell leise sein. Guckt mal, der schläft da gerade einfach. Der Mr. Pickles schläft da einfach. Ich könnte zum Beispiel hier einfach den Stuhl so rumwerfen und so ein paar andere Sachen. Und anscheinend hier, müssen wir jetzt bei dem rauskommen. So, ich würde mal sagen, wir können am besten jetzt hier mal ganz kurz hochklettern. Aber ah, ich komme da gar nicht hoch. Ich muss jetzt hier erstmal ganz kurz hier so einen kleinen Stuhl nehmen, Freunde. Und den Stuhl nutze ich dann, um jetzt hier quasi durchzukommen. Ha, ha, ha! So nicht, Mr. Pickles. Ich komme auf jeden Fall entspannt raus, ne? So, auch wie die anderen, glaube ich, da gleich durchkommen werden. Ey, Leute, ich bin ja echt so gespannt, ne? Ich bin gespannt, was passiert, wenn er jetzt gleich aufwachen wird. Und er merken wird, dass wir quasi aus seiner Klasse entkommen sind. Um jetzt nicht mal beim Matheunterricht teilzunehmen. Der wird sich bestimmt mit einem Leal bei uns irgendwie bedanken oder so. Dass wir jetzt abgehauen sind. So, jetzt hier erstmal die ganzen Sachen. Okay, was haben wir jetzt hier? Erstmal so einen Knopf drücken. So, jetzt sind wir hier schon mal... Oh, seht ihr das, Leute? Wir können jetzt hier ein bisschen Knopf drücken. Jetzt können wir, glaube ich, hier... Wow! Alter, wir fliegen! Lol, wie cool ist das denn? Wir können einfach... Also, das ist so eine interaktive Obby. Wir können einfach so Sachen benutzen und dann quasi danach so hochfliegen. Und jetzt haben wir hier, glaube ich... Aha, noch eine weitere Leiter. Oh, Leute, ich glaube, Mr. Pickles wird nachher noch im Video... Aber pscht, ne? Wird nachher noch im Video, werden wir Mr. Pickles richtig pranken. Also, bleibt unbedingt dran, damit ihr seht, was wir denn machen werden. Hier ist da erstmal so ein kleiner Elevator-Knopf. Das heißt hier... Oh, nein! Ey! Okay, ach so, ich glaube, jetzt geht es jetzt trotzdem hoch. Geht es nochmal hoch? Ja! Okay, sehr gut. Das heißt, wir können jetzt schon mal weitergehen, Freunde. Schon mal optimal. Lass uns hier schon mal... Oh, ja. Ich will erstmal schön auf diesen Rohren weiterlaufen. Ey, Leute, jetzt sagt sich Mr. Pickles, der wird wahrscheinlich nachher voll ausrasten oder so. Ich bin echt gespannt auf seine Reaktion. Okay, was haben wir jetzt hier? Wir müssen irgendwie... Aha, hier können wir respawnen. Und wir müssen... Aha, wir müssen da oben hin. Okay, jetzt müssen wir jetzt aber ganz kurz hier was hinbauen. Ich würde sagen, die Leiter wäre auf jeden Fall nicht schlecht, aber ich glaube, die Leiter wird zu auffällig. Lass uns hier schon mal mit so ein paar Boxen anfangen. Das heißt, hier ist erstmal ganz kurz eine Box. Dann... Oh Gott, ich habe die Leiter daneben geworfen. So, jetzt noch eine Box drauf machen, Freunde. Und dann hier oben nochmal eine Box nehmen. Das heißt, hier ist mal ganz kurz auf die. Und dann... Oh, noch eine Box. Oh, ich glaube, es wird sogar schon reichen, Leute. Eine Box, noch eine Box, noch eine Box. Und jetzt hier... Ja, wir haben es mit drei Boxen geschafft, Leute. Sehr, sehr gut. Okay, das heißt, hier können wir erstmal... Wow. Erstmal hier nach unten gehen. Oh, okay. Ich bin mal gespannt, was wir als nächstes lösen müssen. Welches Rätsel. Um wieder vorbeizukommen. Hä, was ist denn da drin? Hallo? Hört hin. Wir hören da Mr. Pickle schnarchen. Oh mein Gott. Wir sind einfach quasi gerade an der Klasse vorbeigegangen. Und hier hören wir auch nochmal schnarchen, Leute. Ey, wie krass ist denn das bitte schön gerade? Okay, jetzt können wir hier... Oh mein Gott, wir sind quasi... Oh, siehst ihr das, Leute? Hier ist der Klassenraum. Und da schläft der Mr. Pickle. Der Dicke. Okay, dann... Ich würde mal sagen, ich glaube, wir müssen, glaube ich, da lang gehen. Na, hier durch die Tür. Okay, Leute, komm. Wir klopfen jetzt mal ganz kurz gegen die Tür. Mal gucken, ob wir ihn schon mal ein bisschen pranken können. Oh, ha, ha, ha. Okay, okay. Schnell laufen. Oh, nein. Er hat es gehört. Er hat es gehört, Freunde. Er hat das Klopfen gehört. Oh Gott. Guckt euch das mal an. Wie schnell er hinter uns herläuft mit seinen kleinen Babybeinen. Oh nein, das ist ein Schlüssel. Ich glaube, wir hätten... Oh nein, Freunde. Ich glaube, wir hätten diesen Schlüssel mitnehmen müssen. Oh oh. Oh, er sprintet echt so schnell wie er kann. Und da... Oh mein Gott. Das Schloss müssen wir öffnen. Oh, Mr. Pickles. Es war doch gar nicht so gemeint. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Wo war denn jetzt hier der Schlüssel, Leute? War der Schlüssel hier? Oh nein, hier ist eine Sackgasse. Nein, Mr. Pickles. Hauen Sie ab. Wer ist das denn? Okay, pass auf. Hier vorne war, glaube ich... Ich glaube, hier rechts war, glaube ich, gerade der Schlüssel. Okay, hier ist der Schlüssel. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Oh, er ist direkt hinter mir, Leute. Mr. Pickles ist direkt hinter mir. Oh mein Gott. Ich glaube, wir müssen... Oh, hör auf. Der will... Der will... Der will... Mein Kamp hat nur so aus Spaß geklopft. Bitte. Tun Sie mir doch nichts... Oh. Oh. Mälelelele. Dover Mr. Pick. Tja, jetzt muss er erstmal mit seinem dicken, dünnen Bein erstmal hier zurückgehen, Leute, in seinen Klassenraum. Und wir entkommen jetzt erstmal weiter, ne? Boah, das war auf jeden Fall gerade echt mega, mega knapp, ne? Kleidung wir mal ganz zusätzlich hoch. Es ist anscheinend jetzt hier irgendwie so ein Sportunterricht, ne? Ich habe immer Sportunterricht übertrieben gehasst in der Schule. Ich hatte immer gute Sportnoten, bis dann immer so im Winter Torn kam. Und... Oh Gott. Und dann musste ich einfach die ganze Zeit immer turnen und ich konnte nicht turnen. Und dann hatte ich mal eine 3 im Sport. Wow. Obwohl ich halt im Sommer immer echt gute Noten hatte. Okay, jetzt gehen wir mal ganz kurz hier weiter. So. Dü, 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 dü. Und dann gehen wir weiter hoch. Aber ist es bei euch auch so gewesen, Leute? Könnt ihr gut turnen oder könnt ihr nicht gut turnen? Also ich habe es immer gehasst im Winter. Okay, jetzt sind wir sogar schon so weit oben jetzt hier gerade, ne? So, lassen wir jetzt hier ein bisschen weiter gehen. Und jetzt müssen wir... Oh mein Gott, hier an den Boxsäcken vorbei. Okay. Oh, schön. Oh mein Gott, schon mal ein Boxsack und jetzt noch ein Boxsack, ne? Oho, Leute. Ich sage es euch, das ist hier echt so knapp, meine ich mal. Muss ich jetzt... Was ist das denn? Oh. Ah, okay. Jetzt heißt es, ihr könntest, glaube ich... Wow. Oh mein Gott. Und... Oh mein Gott. Ich muss davor abspringen. Sonst wäre, glaube ich, hier voll gegen die Wand geklatscht. Und dann hier mitten in den Untergrund gerade. Seht ihr das da unten? Da liegt einfach dieser Griff einfach. Okay. Das heißt, hier müssen wir... Oh mein Gott. Das müssen wir echt hier rüber sprengen. Okay. Und... Und... Oh mein Gott. Ich habe diese Sprungteile immer gehasst, ne? Ich dachte, das sind Trampolinen. Was sind keine? Okay. Wir sind schon mal auf dem nächsten Bereich. So, weiter geht es hier nach oben. Mr. Pickle. Der wird auf jeden Fall hier nichts mehr mit uns machen, Leute. Ich sage es euch so, wie es ist es jetzt hier. Können wir noch weiter nach oben da vorne? Ne, ne? Oben ist nichts mehr drauf. Okay. Alles gut. Dann gehen wir jetzt hier anscheinend in den... Goal to open. Oh mein Gott. Wir müssen anscheinend... Oh. Okay, pass auf. Ja. Ja, oh mein Gott. Oh nein. Mr. Pickle fährt jetzt auf dem Segway. Habt ihr das gerade gesehen? Ich nehme mal ganz kurz den Ball. Und wehe mich Mr. Pickle ab. Oh mein Gott. Okay, das geht anscheinend nicht. Okay, Leute. Alter, das war gerade so knapp, ne? So, lass mal weiter jetzt hier durchgehen. Bitte sehen wir nicht, Mr. Pickle. So, komm schon. Lauf, lauf, lauf. Nein. Der kommt mit seinem Segway hinterher. Oh mein Gott, Leute. Seine Beine haben nicht mehr mitgemacht. Seine Beine haben nicht mehr mitgemacht. Aber jetzt müssen wir schnell hier durchlaufen. Und ich glaube hier vorne, genau. Da wird er locker nicht durchpassen durch die Tür. Mr. Pickle muss nämlich immer... Oh, mach auf. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Ah. Och, Mr. Pickle. Schnell, Leute. Schnell, er ist direkt hier. Ey, warum ist er so schnell? Er ist so schnell. Oh mein Gott, das war gerade so knapp. Ha, ha, ha. Alter, er war so schnell, Leute. Er war quasi direkt hinter mir. Er hat quasi schon nach meinen Haaren gegriffen, ne? Okay, jetzt haben wir gerade Mr. Pickle zum Glück abgehangen noch. Alter, das war gerade so knapp, Leute. Also so knapp habe ich das auf jeden Fall noch nie gesehen. Jetzt gehen wir mal ganz kurz hier weiter. Und was haben wir jetzt hier? Wir müssen anscheinend oben das Teil treffen. Kein Problem. Ich bin Profibasketballer. Oh mein Gott, hab ich es gerade gesehen. Ich habe einfach gerade eben das Teil getroffen, Leute. Sehr gut. Es wäre, dass wir rüber gehen. Auch wieder optimal. Und wenn wir hinter irgendwas versteckt oder hier rechts? Ne, ne? Okay, haben wir nichts versteckt. Alles klar. So, mein Gott, Leute. Mr. Pickle, ne? Der will uns anscheinend irgendwie noch holen. Aber ich werde ihn gleich nochmal pranken. Deswegen bleibt dran, Freunde. Ich werde probieren, ihn gleich nochmal zu pranken. Oh mein Gott, die Laser von oben. Hier habe ich gerade fast gar nicht gesehen. Okay, vorsichtig. Oh mein Gott, ich bin über Laser. Los. Oh. Wow. Wow. Oh mein Gott, das war gerade so knapp, Leute. Wir hätten gerade locker von diesen Lasern einfach geholt werden können. So habe ich hier noch irgendwie... Ne, hier ist auch nichts. Lass uns mal schnell... Ah. Verdammt, wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich irgendwo unten, Leute. Und jetzt... Wow. Hey, wir gehen gerade übertrieben tief, ne? Okay, jetzt sind wir anscheinend gerade irgendwie richtig tief. Lassen wir noch weiter gehen. Hä? Und jetzt sind wir... Oh mein Gott, wir sind hier irgendwie in so einer... Ach, wir sind jetzt außerhalb von der Cafeteria, Leute. Ich kann mir jetzt schon noch so Energydrinks holen. Brauche ich die? Komm, wir holen uns mal ganz kurz einen Energydrink, Leute. Und dann kann ich hier, glaube ich... Wow. Wow. Mein Gott, wir müssen richtig viel Speed langlaufen, Leute. So muss es sein. So muss es sein und nicht anders. Zack. Und zack, hier langspringen. Dann da langspringen, Leute. Bam. Und bam. Und bam. Alter, wir müssen ja pickeln. So, damit wir gar nichts gegen uns haben, Leute. Wir sind ja übertrieben schnell unterwegs. Oh mein Gott. Jetzt hier bloß nicht runterfallen, Freunde. Wenn wir jetzt nicht runterfallen, ist es echt belastend. So. Oh mein Gott, Leute. Wir sind so schnell unterwegs. Wir sind übertrieben schnell unterwegs. Oh mein Gott. Der größte Röpser in der Lebensgeschichte, Leute. Ohne Spaß. Und hier ist anscheinend die Haupthalle. Oh nein. Da ist Mr. Pickles auf dem Go-Kart. Und ich soll jetzt... Warte mal. Soll ich gegen ihr ins Rennen fahren, Leute? Wenn ich jetzt gegen Mr. Pickles ins Rennen fahre, das ist anscheinend... Wenn ich gewinne, Leute, muss ich nie wieder Hausaufgaben machen. Wenn er aber gewinnt, dann wird anscheinend mal ein YouTube-Kanal gelöscht, Leute. Oh mein Gott. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt jetzt schnell ins Go-Kart. Und drei, zwei, eins. Mr. Pickles, ich werde es so holen. Oh, ey, was? Warum ist er denn so schnell? Okay, Leute. Wir sind jetzt nur zweiter Platz. Halb so wild. Wir werden Mr. Pickles einholen. Hier ist nämlich so ein Boost-Pack. Das hat er übersehen. Ja, Mann. Oh mein Gott, das war gerade so knapp. Okay. Wir nehmen eine enge Kurve. Enge Kurve. Jawohl. Mr. Pickles, hauen Sie rein. Haha. Jawohl. Ey, Leute, wir sind gerade so schnell. Oh nein. Okay, jetzt nehmen wir hier schön die Boost-Pads, Leute. Immer schön die Boost-Pads nehmen. Mich nach hinten gucken. Ich weiß, der ist irgendwo hinter uns gerade. Hast du mich gerade gehört. So, jetzt hier. Boost-Pad. Oh mein Gott, der ist direkt hinter mir, Leute. Mr. Pickles, direkt hinter mir. Ich will nie wieder Hausaufgaben machen. Komm, bitte. Und ich will den YouTube-Kanal behalten, Leute. Deswegen lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Oh mein Gott. Und wow. Oha, Leute. Okay, Mr. Pickles ist da anscheinend direkt hinter mir. Komm schon, bitte. Werd erster. Werd erster. Da. Da, 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 da. Da kann man gewinnen. Da kann man gewinnen. Ja. Wo ist denn der hin? Der ist da voll langsam. Oh mein Gott, Mr. Pickles ist da voll langsam, Leute. Oh mein Gott, wir haben gerade einfach... Wir müssen jetzt nie wieder Hausaufgaben machen, ne? Wir müssen jetzt nie wieder Hausaufgaben machen, Leute. Wie cool ist denn das bitte schön? Okay, jetzt gehen wir mal ganz kurz hier nach oben. Und gehen wir hier weiter. Und bloß nicht in diese Spikes fallen. Wenn wir jetzt hier in diese Spikes fallen, ja, dann hat es mir auch nicht gelohnt, dass wir das Rennen gewonnen haben. Okay, sehr gut. Weitergehen. Und jetzt geht es hier anscheinend... Oh mein Gott. Wo sind wir jetzt hier gelandet, Leute? Können wir auch noch hochklettern? Ne, ne? Okay, dann lassen wir mal ganz kurz hier weitergehen. Und oh mein Gott, da ist Mr. Pickle. Sieht den da in irgend so einem krassen... Was auch immer, der da gerade hat. Segway mit Boosterkanonen und sonstigen Sachen, Leute. Ich will mich mal ganz kurz hier verstecken. Nein. Nein. Oh mein Gott. Ich muss hier mit Kaugubi-Sachen abschießen. Leute, ich muss mit Mr. Pickle, ich will Kaugubi-Sachen... Ja. Mit... Ja, Mann. Ich schieße ihn ab. Ich schieße ihn ab. Aua, aua, aua. Aua, aua. Hier muss ich hier irgendwie rausgehen. Der Learnotron 3000, Leute. Er will anscheinend die ganze Zeit das Wissen in uns reindrücken. Nicht mit mir. Ich schieße jetzt hier die ganze Zeit mit so Kaugubi-Dingern ab. Wow. Aua, 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 aua. Okay, die Bücher gehen anscheinend die ganze Zeit auf mich rauf. Ich schieße mit Kaugubi-Dingern. Komm schon. Papierknüttelchen. Oh. Oh, ja. Nicht mit mir, Mr. Pickle. Nicht mit mir. Oh. Oh mein Gott. Ähm. Ähm, Mr. Pickle? Okay, ich habe, glaube ich, Mr. Pickle zu sehr mit den Dingern, glaube ich, angeschossen. Ich hoffe, der wird auf jeden Fall nicht heute unsere Mutter anrufen, Leute. Das wäre ein bisschen belastend. Lassen wir lieber mit dem Schuhbus jetzt hier nach Hause fahren. Das war auf jeden Fall echt ein sehr, sehr krasser Tag, Leute. So, jetzt erstmal ganz kurz hier in den Schuhbus reingehen und dann fahren wir ganz kurz nach Hause. Ey, Leute, Mr. Pickle, ich glaube, dem geht es gerade gar nicht gut, ne? Und er wird uns bestimmt von der Schule suspendieren oder sowas. Wir müssen irgendwas finden, damit er uns nicht mehr sehen wird, Leute. Ich glaube, das ist das, was wir brauchen werden. Mach's gut, Schule. Ich werde nie wiederkommen. Ich muss nämlich keine Hausaufgaben mehr machen. Ha, ha, ha. Ja. Oh. Wir sind am Schlafen, Kasper. Ja, ich muss erstmal... Hä? Ist das im Fernsehen? Ist das auch? Ist das auch, ja? Was ist das denn? Ein verrückter Professor, der ist verrückt geworden, oder was? Ich glaube schon, der nimmt einfach so Opfer aus ihrem Zuhause und dann, äh, lässt die verschwinden oder sowas. Ich weiß. Oh nein. Oh Gott, sie ist das auch? Oh, oh. Am Fenster. Ja, Mann. Oh nein. Das ist der böse... Hä, was ist das denn? Das ist, glaube ich, der böse Professor oder sowas, ne? Oh, Dr. Grimm? Das ist Dr. Grimm, oder was? Nein. Oh nein, er hat uns gefangen genommen. Ja, wir sind hier... Hilfe! Was? Wir sind hier als Glöcke irgendwie gefangen oder sowas, Kasper. Ja, wow. Was? Ey. Was wurde mit mir gemacht? Was hat er uns angetan? Hier, wir sind ausgebrochen. Und ein Ei, und ich muss ein Heilmittel finden. Okay, ähm, oh Gott. Aber wo lang jetzt am besten, sag mal? Ich gucke natürlich auch gerade jetzt hier. Ich glaube, hier müssen wir nicht lang gehen, sondern ich glaube, wir müssen hier vorne... Da denkst du, wir müssen das stiegen? Nein, oder? Wir müssen auch, glaube ich, durch die Tür gehen. Nein, 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 ich glaube, wir müssen hier vorne... Hier ist eine Tür, hier können wir raus, ja. Okay. Oh Gott, oh Gott. Ich bin direkt hinter dir, ne? Oh Gott, ey. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Guck mal, was hier alles gemacht... Was macht der denn für Experimente? Guck mal, da lebt jemand drin. Das ist ein ganz... Zeig mal. Ja, das ist hier so ein ganz komisches Labor, ne? Stimmt, da stimmt einer. Gott, okay, du siehst aber trotzdem sehr glücklich aus, dass wir hier entführt wurden, ne? Ja, du auch, du auch, du auch. Das ist aber nur scheinheilig. Das stimmt gar nicht. Na gut, okay, oh Gott, wo sind wir denn jetzt hier? Oh mein Gott, es ist kalt hier. Aber wir können ja, warte mal, wir können diese Münzen ansammeln, ne? Diese Münzen. Ja, genau. Ich glaube, wir können was kaufen. Ich glaube schon, ja. Das wackelt alles. Ja, ja, das ist das hier, das sind die Geländer und so, die wackeln hier alle um. Alter, wir können so Doppelsprünge machen, ne? Stimmt, du hast recht. Oh, warte, da war eine Münze. Da musst du irgendwie auf die raufklicken, glaube ich. Ja, sehr gut, alles mehr, einfach nur einsammeln. Hier, jetzt geht's weiter. Oh, jetzt ist ja was. Oh Gott, oh Gott, ich hab hier Angst, halt dich mal gut fest, einfach mal. Okay, jetzt hier ganz vorsichtig. Oh mein Gott. Und rüber. Oh mein Gott. Okay, ich hab's geschafft, ich bin hier rübergekommen. Ja, ich auch, sehr gut. Okay, hier sind wieder ein paar Münzen. Hier sind wieder zwei Münzen, die wieder ganz einsammeln. Einsammeln, sehr gut. So, hier, guck mal, wir müssen auch diese Münzen mitnehmen. Das sind anscheinend diese Ultramünzen, die so richtig viel bringen. Gott, greifen sie. Hilfe! Pass auf, Roboter! Hilfe! Die greifen mich an, Kaspar. Die Roboter greifen mich an. Ja, ich seh's auch gerade. Wir können aber jetzt hier weiterhauen und die Münzen, glaube ich, einsammeln, ne? Oh Gott, oh Gott. Alles wird nichts vergessen hier. Okay. Das ist erst ein Deto, oder nicht? Ich glaub, können die hier rüber springen? Hey, die haben mich gekillt! Als ob, wie schlecht bist du denn? Und durch hier! Ja, sehr gut. Okay, ich glaub, hier vorne müssen wir weitergehen, ne? Ja, hier rauf. Die Doppelsprung haben wir jetzt gerade schon ein paar Mal gerettet, muss ich sagen. Ja, mich auch, mich auch, mich auch. So, jetzt hier schön, genau die Teile einmal. Oh Gott, das ist hier. Wieso ist das auch so ein bisschen kaputt hier alles, frage ich mich? Ist schon irgendwie so ein bisschen kaputt, ne? Irgendwas stimmt. Ja, pass auf! Also, du bist da richtig schlecht. Hast du das gesehen, dass das da gerissen war, oder was? Na, natürlich. Sag mal, wie schlecht bist du denn? Mir wird das nicht angezeigt, oder so? Ich hab's nicht erkannt. Ja, alles wird nicht angezeigt. Tastatur klemmt. Ja, genau. Okay, jetzt lass mal hier weitergehen. Das ist auf jeden Fall relativ easy jetzt hier, ne? Hier, da musst du nur rüber springen. Das schaffst du doch sicherlich, oder? Ja, also wirkt jetzt nur nicht so, als wäre ich hier voll der Du. Ja, bist du aber gerade. Als wäre ich voll schlecht. So, jetzt hier. Oh, oh, Zappi! Okay, jetzt müssen wir hier die Leiter hoch. Genau, schön die Leiter aufklettern. Ich bin direkt hinter dir. So, wir müssen dir auf jeden Fall alle Münzen um einsammeln, ne? Dann kriegen wir nachher irgendwas Besonderes. Ja, stimmt, das ist richtig. Hier ist wieder so eine Supermünze für fünf. Sehr gut. Was bringt die? Fünf Stück? Alter. Ja, ich bin schon, was wir davon kriegen später, ne? Jetzt hier auf jeden Fall, oh Gott. Hier tue ich mich. Diese Leiter! Alter! Zu mir sagen, ich bin schlecht und schaffst. Ja, die Leiter, guck mal, aber die Leiter lecken voll, ne? Das ist bei dir aber auch. Die lecken gar nicht. Alter, du bist ja voll schlecht. Hä, die lecken voll, die Leiter. Bei mir lecken die gar nicht. Hä, die hängen voll. So, okay, jetzt. Alter, so, ja, sehr gut. Und jetzt, sag mal, die haben geleckt, das war ja so gelogen. Die haben echt geleckt, die Laser, die haben echt geleckt. Die haben überhaupt nicht geleckt. Da müsstest du schon sehen, dass die geleckt haben. Fehler. Ich muss einen Weg finden, diese Laser zu deaktivieren. Oh! Hä? Okay. Können Sie hier draufdrücken? Ah, loll. Hier ist gerade die Wand explodiert. Ja, stimmt, du hast recht. Das ist recht. Lalalala. Sehr gut. Lalalala. Wir laufen so richtig glücklich, ne? Naja, wir sind anscheinend echt irgendwie unter irgendwelchen Sachen eingesetzt. Es ist nur Fassade. Innerlich sind wir am Bein. Ich weiß, oh, was ist denn hier? Wir wollen hier nämlich raus. Oh, pass auf. Ich drücke überlaufen. Oh, Strombereich. Ich ziehe den Hebel um. Okay. Ja, mach mal. Und ziehen. Zack. Was kommt jetzt? Oh, oh. Oh nein. Es ist dunkel. Oh nein, hinter mir ist er schon. Dr. Grimm. Ich sehe ihn nicht. Dr. Grimm, der, oh mein Gott, der Professor ist hinter mir. Dr. Grimm, lauf er schnell. Ich sehe ihn nicht. Ich lauf schon. Der ist auch hinter dir. Der ist auch hinter dir, lauf. Dr. Grimm, hau ab, hau ab, hau ab. Er hat nur dich erfolgt. Er hat nur dich erfolgt, zum Glück. Oh mein Gott. Machst du das denn? Minions oder was? Anscheinend schon, ne? Wow. Was ist? Was ist denn? Hä, die sind explodiert, die Teile. Hä, gar nicht. Hast du nicht gesehen? Wow, die explodieren. Hä, was? Die explodieren nicht. Was laberst du? Die schmeißen mich hoch. Ja, das stimmt. Also echt, die kann man da schon wieder failen. Ey, Mann. Ja, ich kann das nicht so. Wow. Warte, kann ich hier hochklettern? Nee, ne? Okay, kann ich nicht. Ja, okay. Und zack, dann bin ich doch. Auch mal geschafft, ne? Ja, tut mir nicht so, dass ich hier so ein Rentner habe. Drei Jahre habe ich gewartet. Ich habe schon Brüchen gespielt in der Zeit. Ey, wir müssen jetzt helft euch den Lücken schrauben, oder? Warte mal, hier ist so eine Kiste. Ja, okay, öffne halt nicht die Kiste, ne? Ich schnappe mir den richtig krassen, äh... Ich habe mir den auch so geholt und ich kann den auch so reingehen. Zehen, einfach jetzt... Sie müssen uns hinlegen. Was, als ob? Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier öffnen. Und aufmachen, das Ding jetzt hier. Sehr schön hier, zack, gelb. Oh, Leute, pass auf! Schön, dass du durch das Licht durch bist. Na, ich bin da schön vorbeigelaufen, ne? Das Lager hier, ne? Oh, oh, oh. Oh mein Gott, nein! Kannst du mal sehen jetzt hier. Ich warte ab. Ey, ich grüße nur noch. Ich habe professionell gewartet. So, hier, kurz vorbeilaufen. Easy peasy. Nix los. Also, es war ja schon relativ einfach. Ist hier nochmal eine Kiste? Du tust auch so, als wärst du hier der übelste Profi. Finde ich auch. Das ist ja das Ding. Ich bin ja auch der Profi. Ich bin ja auch schon eben bei den Lasern draufgegangen. Ja, weil die geleckt haben. Aber hier kann ich nicht weitergehen, ne? Wir müssen, glaube ich, hier durch die Tür oder so. Hier müssen wir durch. Okay. Okay, lass mal durch. Was haben wir denn hier? Das ist die Zellentür. Oh Gott, warte. Aha. Er sagt hier, wenn du mich aus der Zelle holst, dann helfe ich dir diesen Ort. Ah. Also, wir müssen das Ding jetzt irgendwie bewegen oder sowas? Ja, hier, Kiste nehmen. Okay, ich überprüfe auch mal ganz kurz die Kiste. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die fertig habe, ne? Ja, mach mal. Ja, am Hebel ziehen. So, okay. Jetzt wird nochmal hier schön was gehackt. So, oh. Sehr gut. Ich habe das hier schon aufgemacht, dieses Tor hier bei mir. Ja, ich sehe gerade, ich sehe gerade hier nämlich, der ist jetzt hier nämlich, ah, das Tor geht jetzt auch gerade auf. Ich sehe es gerade. Ja, sehr gut, sehr gut. Da musste ich einfach nur noch hinkommen. Und jetzt, danke, dass du mich rausgebracht hast, sagt er. Der heißt Krypto. Okay. Okay, okay, wie auch immer der heißt. Aber den müssen wir auf jeden Fall, den mussten wir befreien. Ja, was hat der jetzt hier, den Bezieher, was ist die Zellentürding? Ich sehe gerade, wir sind hier irgendwo in den Bergen. Ja, der Heck gerade, der Heck jetzt hier gerade irgendwas. Na, mal gucken, was der jetzt hier gerade heckt. Das hat er bei mir auch irgendwie, oh, oh, gemacht. Okay, Krypto, dann hack mal hier dein Kram. Oh, die große Wand hat er jetzt aufgemacht, ne? Ja, ja, safe, safe. Ich bin schon ein weitergelaufen hier. Und da sind sogar ein Schankerweiche, die machen da Jump'n'Runs und sowas. Ja, das bin ich. Ach so. Das bin ich hier vorne. So, okay, wir spielen da Krypto. So, dann, ich komme jetzt mal ganz kurz hier zu dir. Ey, wow. Das sind ja Teile, die, das sind ja Teile. Hallo? Ich warte hier schon seit 10 Jahren auf dich. Na, hör mal. So, jetzt hier, komm. Du wirst jetzt aber schon, du willst jetzt mal ganz kurz hier rauf. So, so, zack, jetzt hier auf die Teile rauf. Ja, ich seh dich da oben. So, okay, okay, jetzt hab ich jetzt schon mal den nächsten. Muss ich hier kurz warten. Ach so, das schaffst du, das schaffst du ja wohl, sag mal, oder was? Natürlich, da wird das doch easy peasy. So, zack, hier, sehr gut nochmal. So, auf das Teile rauf. Gibt mir auch keine Ahnung, am Alt höher. Man kann sogar, nee, kann man zwei Sprünge machen? Nee, nur einen, ne? Was ist das? Oh, Roboter. Oh, man hat einen Roboter. Ich seh den gerade, den großen Roboter. Oh mein Gott, wo soll ich jetzt sein? Hier sind noch ein paar Münzen. Ich geh, ich geh gerade links rum. Ich geh gerade links rum. Mal gucken, ob links vielleicht richtig ist. Oh, ich glaub hier rechts lang. Hallo, ist hier irgendwo ein Roboter? Irgendwo groß? Das ist ein Labyrinth, ne? Ich glaub schon, ne? Okay, das ist halt anscheinend. Ich hör den auch, ne? Der ist, glaube ich, bei dir. Ich hör den auch. Aber der kommt gerade zu mir gelaufen. Oh mein Gott, hier sind sogar... Oh mein Gott, hier ist ein Roboter direkt vor mir. Der hat mich geholt. Oh, was, wo müssen wir denn langlaufen? Ja, du bist auch schlecht jetzt hier bei mir gelaufen. Oh, warte mal, du hast die Küste übersehen, du Idiot. Ha! Hä, was? Was ist die Küste ist da? Ja, in der Ecke nämlich, ne? Nein! War rechts richtig? Oh mein Gott, ja, rechts war richtig. Ich hab hier gerade... Oh mein Gott, das hört doch so. Oh mein Gott, nein, weg jetzt hier! Oh mein Gott, der Roboter. Oh Gott, die coins sind mir jetzt egal. Ich komm jetzt auch, ich bin jetzt auch gerade rechts. Ist hier noch irgendwo... Oh mein Gott, hier sind richtig viele Coins, ne? Oh, hier steht auch noch ein Roboter. Hilfe! Oh Gott, ja, hier, Ausgang. Ich hab hier den Ausgang. Oh mein Gott, hier sind mega viele Roboter, sehe ich gerade. Ja, Mann, da rede ich doch die ganze Zeit von. Ist hier der rechte Ausgang? Oder wo könnte der Ausgang sein? Du siehst so ein Pfeil irgendwann, du musst dich rechts halten. Wenn du rechts gegangen bist, musst du dich rechts halten, mein Mann. Okay, oh mein Gott, noch ein Roboter. Oh mein Gott, okay. Ah, ich seh den Pfeil, okay. Ich warte hier am Ausgang, sehr gut. So, wie viele Roboter kommen denn hier? Mann, da sind noch einiges. Okay, der geht jetzt gerade in die Richtung. Ja, hier ist eine Mütze, versteck sehr gut, die sammle ich auch mal ein. So, zack, ein Gold. Hier ist anscheinend, hier sind so zwei Pfeile. Und ein Roboter kommt auch nicht zu? Ah, ich bin jetzt hier, Exit. Ah, okay, ich bin rausgekommen. Ja, okay, ich komm auch, ich komm auch, ich komm auch, ich komm auch. Wo bist du? Sehr gut, ich bin draußen. Okay, du bist schon raus. Keep hands clear of moving machinery. Also wir dürfen jetzt hier nicht unsere Hände da reinpacken, logischerweise. Ja, nicht berühren, die bewegenden Sachen, den Fleischwolf meinst du da, ne? Oh, hier, ne? Ja, natürlich. Nicht berühren, der springt direkt rein, ne? Ich glaub's ja nicht. Hä? Der hat mich aufgespießt, obwohl ich gar nicht da, obwohl er gar nicht gekommen ist. Das sind alles Lügen über Lügen. Und zack, okay, easy peasy. Sehr gut, hier jetzt. Das haben wir auch. Oh, pass auf, da jetzt, jetzt, jetzt. Dann hier weiter. Okay, ich hab jetzt auch die nächste Münze jetzt wieder. Oh, ich hab schon 114 Münzen, ne? Ich hab 106 erst. Tja, weil ich das 10er-Ding eingesammelt hab. Okay, dann machen wir schon. Okay, ich fau mal hier den Fahrstuhl zu und... Mal gucken, wo's... Wo geht's jetzt hier? Alter! Wo geht's hier jetzt hin, Alter? Das ist richtig heftig. Hä, wir gehen entweder über weit nach oben oder nach unten? Ich glaub, wir sind grad nach unten gegangen, ne? Ah! Okay. Aua! Nein. Das hat wehgetan. Nein. Du musst dich hinlegen, ne? Du musst dich hinlegen. Ja, ja. Oh! Aua! Hey, ich sterbe hier von der Säure die ganze Zeit. Ja, weil du schlecht bist. Ich bin gar nicht schlecht. So, hier rüber? So, jetzt hier müsste ich sogar... Oh mein Gott, einen Doppelsprung machen. Okay, man muss hier echt einen krassen Parcours absolvieren, ne? Ey, Mann, ich sterbe hier die ganze Zeit. Ja, weil du schlecht bist. Ich bin gar nicht schlecht. Doch, ich hab's direkt geschafft, weil's auch einfach ist, ne? So. Sack, ich hab's. Ja, besser jetzt. So, sehr gut. Guck mal, wir müssen mal den Depp machen. Ganz wichtig. Okay, sehr schön. So, da vorne, wir wollen mal die Münze holen, ne? Mal gucken, was passiert. Alle einsammeln hier. Alle einsammeln jetzt hier, so. Okay, dann haben wir hier hinten noch eine. Alter, du bist doch rüber gespielt. Hä? Ich bin doch durchgelaufen. Meiner backen die Münze. Aha! Und einsammeln. Eingesammelt. Eingesammelt. Schatztruhe. Das ist die Schatztruhe im Fass. Die kannst du berühren. Das Ding ist, wir haben leider eine Schatztruhe übersehen, ne? Die haben wir leider nicht genommen. Die war hier auch drin. Hast du die auch nicht geholt, oder was? Nee, die hab ich nicht geholt. Aber egal, wir können ja weitergehen. Kein Problem. Wir können jetzt hier nämlich die Münze... Alter, was ein krasser Raum. Der Raum ist echt krass, ne? Hier, so, die Schatztruhe nehmen wir auch nochmal. Ah, das sind Lava-Dinger. Du darfst die Ringe nicht berühren. Aha, okay, gut. Danke für den Tipp. Easy peasy. Okay. Und hier rüber. Yo, das kriegen wir ja eigentlich... Boah, die Doppelsprünge sind mega cool, ne? Das ist voll einfach mit Doppelsprüngen. Damit kannst du echt so viel machen. Ich kann ja auch einfach so manche Sachen überspringen, einfach so. Einfach über mehrere Ecken springen. Ja, stimmt. Au! Ja, ja, da bin ich runtergefallen. So, okay, wo kann ich jetzt hier? Ah, ich glaube, ich kann jetzt hier in die Mitte gehen, genau. Einzelsprung. Und hier nach unten. Ey, das ist ja mega einfach. Okay, ich bin jetzt hier schon mal... Bambambambambam. Wo bist du denn? Ich bin hier noch an der Röhre, sag mal. Ich bin gerade gestorben. Was? Ey, ich bin schon unten jetzt hier in der Höhle. In der Höhle schon? Sag mal, warte doch mal auf mich da. Ja, weil du so schlecht bist. Einfach nur runterspringen. Das wirst du ja wohl schaffen können, ne? Ja, okay, sehr gut. Was ist jetzt hier in der Höhle? Das sieht mir jetzt ein bisschen aus wie so ein Trickraum oder sowas, ne? Oder sowas, ne? Uh! Das sieht echt aus wie so ein Labyrinth oder sowas. Oh mein Gott! Gibi! Oh Gott, ist das eine Rutsche oder was? So, Münze noch eingesammelt. Ganz wichtig jetzt hier. Hm, hier, zack, auch noch eingesammelt. Oh, wow, wow, wow. Was geht hier ab, yo? Okay. Hilfe! Oh mein Gott. Zack. Okay, jetzt hier auf den Crush aufpassen. Ja. Oha. Ah, verdammt, ich hab den Einlader berührt gerade. Jetzt schnell durch, jetzt schnell durch. Ja, ich hab's. Zack, und hier kurz warten. Hier durch. Hier kurz warten. Hier durch. Okay, das ist auf jeden Fall relativ einfach. Muss ich sagen. Mega einfach. So, hier. Das hab ich ohne Probleme hier, ne? First try. So, zack. Münze auch nochmal eingesammelt. Zack. Wo geht das hier hin? Okay. Kommt hier noch irgendwas gerade? Oh mein Gott. Rutsche, rutsche. Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn jetzt? Voll dunkel. Was ist das denn? Das ist ein Geräusch. Und ich bin in den Roboter-Schwennen. Alter. Siehst du die auch? Ich verfolge es gerade. Ich verfolge dich. Oh oh. Die ist hinter mir. Die ist hinter mir. Ich seh dich. Die verfolge dich auch. Die ist hinter mir. Die ist hinter mir. Lock die mal weg. Lock die mal weg. Ich probier's gerade. Ich sammle. Nein, ich bin der Attackkasse. Oh mein Gott, diese Leiter. Sehr gut. Oh, ich kann die Leiter auch klettern. Ja, wie du dich gefreut hast. Nein. Ich hab's nicht geschafft jetzt hier. Ja, das sag ich dir jetzt nicht. Oh mein Gott, hier ist die Box. Die hast du liegen gelassen. Ja, und? Oh mein Gott, und ich sammle das ein. Ja, und wie viel Münzen hast du? Ich hab 165. Ja, 164. Okay, das ist eine mehr eigentlich. Ja, haha. Wow, du hast die Leiter schnell. Ja, geh lieber schon. Ey, jetzt hab ich auch 165. Ja, ich hab jetzt 166. Ja, 166. Alter, ist das irgendwie ein krasser Berg. Juhu. Juhu. Okay. Aua, 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 aua. Okay, es hat ein bisschen Leben mir weggenommen. Hier sitzt du so ein krasser Lavasee oder sowas, ne? Ein Lavasee? Ja, ich bin jetzt hier gerade bei so einem... Das sagt ihr mir einfach nicht, dass hier eine Kiste links ist. Ich glaub, rechts links, ich glaub's nicht. Was denn? Unkorrekt, da war eine Schatztruhe. Das wusstest du auch ganz genau. Nein, das wusste ich nicht. Natürlich, du wirst dir das in Absicht nicht verraten. Nein, 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 das wusste ich nicht. So, ich glaub jetzt hier schon durch so einen dunklen Raum geht weiter, ne? Ja, ja, ja. Wie kommst du denn jetzt hier? Wie kommst du hier weitergekommen, sag mal? Ja, das ist total einfach. Hey, ich frag mir gerade... Was war denn? Oh mein Gott. Nein, was ist jetzt los? So, hier rein? So, hier rein? So, hier rein? So, hier rein? No! Also, das sind für Monster. Hä, wo muss ich denn jetzt bei der Lava lang, sag mal? Hä, du musst einfach warten auf so einen Teil. Warte, ich warte auf dich jetzt hier. Springen auf das Teil rauf. Und zack! Okay, das ist ja kein Problem hier, sag mal. So, hier rein. Das ist super einfach. Aber jetzt kommt da irgendwie so ein... Jetzt kommt da irgendwie so ein krasses Monster oder sowas, ne? Irgend so ein Monster? Monster? Ja, ich geh jetzt links rum. La, 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 la. Wie meinst du links rum? Ich seh ja gar keinen Monster, ich seh nur Licht da. Du musst auf jeden Fall, wenn du jetzt hier leicht langläufst, direkt wieder zurücklaufen. Ja. Weil da kommt jetzt ein Monster. Oh, ja! Hilfe! Nein! Ja! Du Assi! Hey, was soll das denn, sag mal? Oh, oh. Hä, voll unkorrekt von dir. Ist das ja noch ein Monster? Was sagst du mir die falschen Sachen hier? Ist das ja noch ein Monster? Oh mein Gott, eine Megarutsche! Oh nein, 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 da kommt es, da kommt es! Oh, 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 oh Wir sind entkommen aus dem Labor Ich frage ihn gerade, warum er in diese Dinge verwandelt wurden Er sagt so, ich habe keine Zeit, dir zu erklären Ich weiß, wie man das Hilfmittel findet Aber zuerst müssen wir anscheinend entkommen, sagt er Was? Wir haben es geschafft, Brock So sehr gut Guck mal Wir sind in einem richtig großen Ikea Wie cool ist das denn? Ich wollte mir gerade eine Pizza nehmen, die sieht doch lecker aus Was? Wie lecker sieht denn die Pizza aus? Bitte schön Guck mal, ich habe auch Hot Dogs und sowas Oh, lecker Oh, lecker, lecker, lecker Das Ding ist, anscheinend können wir jetzt hier Alles mögliche auch bewegen, wie wir es wollen Aber es gibt hier auch irgendwie so ein Monster oder sowas Was denn für ein Monster soll hier rumlaufen? Ja, das Ding ist, pass auf, wir müssen halt Probieren heute so viele Tage, wie es geht, zu überleben Du siehst es hier oben, guck mal hier Heute ist gerade Tag 0 Wir können alles hier hinstellen, wie wir wollen Also es ist richtig cool Das ist halt Ikea in 3008 Aber es sieht wirklich riesig aus alles Ich weiß, guck mal Ist hier so eine Basebau, wo wir jetzt gerade sind? Ja, ja, lass mal hier so eine richtig coole Base bauen Ich gucke uns auch gerade, dass wir jetzt hier irgendwie eine kleine Burg oder so Guck mal, jetzt kann man quasi auch so hochhüpfen Ja, warte mal, ich spring mal oben drauf Kann ich hier noch einen oben weiter rauf stellen? Ja, safe Ja, man kann quasi jetzt... Oh mein Gott, wir können ja was richtig hohes bauen Warte mal, geh mal weg da Hey So, jetzt, okay, jetzt habe ich platziert hier Okay, warte Da war so eine kleine Treppe da Denkst du, das geht... Kann ich das auch... Dann kann ich das auch machen So... Oh mein Gott! Oh Gott, das hängt da noch gerade so ganz, ganz schwierig Okay, okay, warte, ich hole nochmal einen Schrei Ich hole nochmal so einen Tisch Okay, das Ding ist, wir haben auch irgendwie noch so Betten und sowas Guck mal, ich sehe hinten auch noch Betten, die wir holen können Ja, Mann, ja, Mann, ja Hier ist doch gar... Vor was sollen wir denn überhaupt eine Base bauen? Hier ist doch gar nichts Die Pizza sehe ich gerade Ja, so Voll viel Ich glaube, die Pizza ist wichtig, um Energie zu haben, ne? Ja, aber wie kann... Weißt du, ob ich auf mein Inventar zugreife? Ich weiß das nicht Äh, auf G Und dann kannst du die Pizza... Oh, S Ah, du hast recht Riecht lecker Ich glaube, wir brauchen auch... Wir müssen auch noch so Medikits und sowas sagen Hier vorne sind nämlich noch welche Ja, okay, du hast... Ja, zeig mal, wo sind noch welche? Ich habe noch keins Hier liegen die Also hier liegen so... Rinn? Ja, stimmt Die kannst du mitnehmen einfach auf F Ey, lass mir doch auch mal eins da, Mann Ey, ich habe doch nur eins genommen Du hast schon dein zweites, das weißt du ganz genau Immer mit der Ruhe Naja, ich sag ja nur Ich weiß genau, wer hier zuerst wieder ist Ja, guck mal, ich... Das Ding ist, wir können ja so viel bauen jetzt gerade Wir können eigentlich alles mögliche umstellen jetzt hier Hast du mal was cooles bauen? Ja, du hast recht, du hast recht Ich nehme mir, glaube ich, hier nochmal so einen kleinen Tisch mit Warte Alter, was baust du denn da schon wieder? Oh mein Gott! Alter Ist umgekippt gerade Ich weiß gerade, umgekippt einfach Ja, 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 ja So, lass mal hin Können wir sogar die Küche mitnehmen? Ich kann sogar den Toaster Alter Guck mal Alter Zack Der Toaster steht jetzt hier drauf Nein, 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 den nimmst du doch mal sofort runter Alter, mein Tisch! Hey, was warst du denn mit dem Tisch da jetzt gerade? Wir können sogar die Dekoration mitnehmen Guck mal, hier können wir die so hinstellen Alter, wir können so viel bauen einfach Also im Grunde kann man ja echt alles mitnehmen Ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll Ich weiß auch nicht, wo man anfangen soll Dann sieht man vielleicht auch was, wenn es dunkel ist oder sowas, weißt du? Stimmt, wir müssten vielleicht immer so eine Lampe mitnehmen, glaube ich Oh mein Gott, wir können die an- und ausmachen Die zum Beispiel, die oben kann man an- und ausmachen, ne? Loh, hier sitzt ein Pinguin und der guckt da einfach Was? Aber den kannst du mitnehmen, das ist nur so ein Stofftier, glaube ich Guck mal, der Fernseher ist dann an Also das ist nur so ein Stofftier Okay, das geht natürlich noch Oh! Was war das denn? Was? Wo bist du? Ich seh dich gar nicht Kaspar, hier vorne Hier bin ich Ach, da bist du, lol Was war das gerade? Gott sei Dank Warte mal, ich hab keine Ahnung, wenn man sich das Strom ausgibt Ich hab das Licht jetzt mal hier in der Hand Siehst du was? Ich nehm mal echt das Licht Ich nehm auch mal ganz kurz ne Licht mit irgendwie Ja, nehm auch mal ne Lampe mit Alter, auf einmal ist es mega, mega dunkel Ich hatte hier gerade Ben & Jerry's Eis Guck mal, hier hatte ich das Ben & Jerry's Eis gesehen Ja, zeig mal Ach lol, lecker Guck mal, das können wir sogar mitnehmen Ich hör was? Ich hör so ein ganz leises Geräusch oder sowas Ja, ja Oh mein Gott, ich hab noch nie ne Nacht in Ikea verbracht Ich auch nicht Ich will auch so eine Lampe haben wie du Ich will auch so eine Lampe haben wie du Hier, nimm doch mit da Ja, ja, du kannst den auch noch näher ranbringen zu dir Lass mal gucken, wo der Lichtschalter ist, ne? Vielleicht ist der hier irgendwo angebracht Äh, stimmt Lass den echt mal suchen, den Lichtschalter Ja, irgendwo ist doch hier garantiert Eismaschine? Wow, da steht jemand, glaub ich, oder? Was? Ne, das ist ne Puppe oder sowas Alter, mach mir doch nicht so Angst jetzt hier gerade Da saß er aus, als würde jemand stehen Guck doch mal, wie die aufgeht Nein, da ist auch keiner Ich hatte Angst, was kann ich denn dafür? Sag mal Ich merke das schon, dass du Angst hattest Hey, mein Gott Müsst ihr jetzt irgendwo, müsst ihr vielleicht irgendwie hier hochklettern oder sowas? Ähm, ja, guter Vorschlag Um sicher zu sein, hier ist ne Leiter Zeig mal, wo ist die Leiter? Hier Hier, hier können wir so hochklettern Dann sind wir quasi ne Etage höher Wir haben ein bisschen mehr Übersicht jetzt hier Aber bringt das was? Was ist, oh, guck mal wie lang das Regal ist Guck mal wie groß das ist Das geht ja durch ganz Ikea durch Ehrlich? Ehrlich? Das ganze Regal? Hä? Alter Wie lang ist denn das Regal? Hey, hört's auf Okay, oh mein Gott Das sieht echt nicht gut aus grad hier, ne? Ne, ne, ne Ich würd sagen, wollen wir noch ein bisschen lang Wir müssen echt irgendwie nen Lichtschalter finden irgendwo, ne? Ich weiß, ich weiß Wir müssen echt nen Lichtschalter finden Okay, warte, man kann sogar das Ding Oh, hier ist nochmal Madkit Oh, wichtig Alle mitnehmen Madkit ganz wichtig Oh, ich hab keins mehr mitnehmen Ah Ach du hast schon Aha, du hast dir nämlich die maximalen geklaut Nämlich, ne? Hehehehe Guck mal, ich kann nämlich Ist schon cool bei mir Ah, ich kanns auch nicht mehr mitnehmen, sehe ich gerade Okay, okay, okay Aber irgendwo ist doch Hier ist sogar so ein Rubik's Cube, ne? Den kann man einfach lösen Was? Stimmt So, ich hab ihn gelöst Und zack, fertig Hä, da sind doch so kleine Puppen und sowas Nur die Lampe, die du bitte gemacht hast Gibt's sogar ne Badewanne Eine Badewanne Können wir die anmachen? Ja, kannst du mal reingucken? Ne, ne? Sieht nicht so aus Oh, ich kann die nur mitnehmen gerade Ja, dann nimm doch mit die Badewanne Wenn du nachher nochmal duschen willst Stimmt Die kann man echt mitnehmen, wenn man duschen möchte Okay, wo sind wir jetzt hier? Das kann doch nicht angehen Wo sind wir jetzt? Ich glaub, wir sind im Kreis gelaufen Ich glaub auch Wir brauchen einen besseren Wir müssen jetzt irgendwas gleich bauen Bevor die nachkommen Sonst ist es halt Nicht so optimal von uns gemacht Wollen wir Wo wollen wir denn mal was bauen? Hier vorne irgendwo? Hier ist ziemlich viel Licht Wollen wir das hier bauen? Ja Das Problem ist halt Pass auf Wir wollen ja nicht die ganze Zeit hier sein Wir müssen irgendwie Einen Ausgang finden Bedeutet Du hast Meinst du Ja? Denkst du bei diesem Turm könnte einer sein? Könnte ich mir vorstellen Ich könnte mir aber auch vorstellen Ey, ich kann das Ding nicht mehr droppen, ne? Dieses Ding hier Doch jetzt Ich könnte mir aber auch Ey, du hast meine Lampe geklaut Was soll das denn? Du hast die liegen lassen Mann Okay, aber ich könnte mir vorstellen Dass bei dem Turm ein Ausgang Hä? Alter, ich dachte grad da oben Guck mal aufs Poster Da oben im Himmel Ja, das Poster sieht schon echt krass aus Würde ich sagen Alter, ich dachte grad da würde jemand stehen Denkst du bei dem Turm? Safe oder? Bei dem Turm doch safe Ich guck grad auch mal Ich guck grad auch mal hier ein bisschen rum Aber Noch ist hier grad Hinten Nichts los Hallo! Wo bist du? Ach da Ich dachte grad ich bin schon verloren Hallo! Ey, so ein Informationsstand Ey, so ein Informationsstand Oh! Das heißt Hier schön ranstellen Jetzt hier den Schrank Warte mal Warte mal Nimm mal deinen da weg Stell deinen mal oben drauf Geht das? Ja, natürlich kann ich den oben drauf stellen Ne, wir kommen da gar nicht hoch, oder? Doch, wir kommen da hoch Doch, natürlich Das Ding ist, wir müssen jetzt hier Wir können den hochgehen wie eine Leiter Den Schrank Oh mein Gott Oh mein Gott, da können wir richtig hoch Und hier sind voll viele Schränke, ne? Okay, sehr gut Ja, Mann, Alter, okay Lass die alle schön über Müse nicht nach oben bauen Dann geh ich jetzt hier nach oben Und dann Komm mal gerade nach oben Nicht so schräg die ganze Zeit Hallo? Oh Gott, jetzt hab ich So, echt so ein Architekt of Wish, ne? Ja, warte Jetzt muss ich hier Ich muss jetzt erstmal ganz kurz hier Was machen Und zwar Die X-Achse So muss ich hin, glaub ich Nee, verdammt, verdammt Ja, dreh mal da den Schrank ein bisschen um, ne? Und dann bauen wir uns mal eine gute Leiterung So, okay Und jetzt wird er jetzt schön Ja, sehr gut Sehr gut, sehr gut Und drauf stellen Oh, pass auf drauf Oh nein Aua Es hätt auf mich gefallen Der ist davon wehgetan Warte, warte Ich muss ihn besser drauf stellen Das Problem ist, ist der hier oben Warte kurz Ich dreh den hier einmal Okay Okay Ach, du meinst, dass wir das wie eine Leiter rauf stellen Ja, ja, ja Safe, safe, safe Hätt ich jetzt mal gesagt, ne? So, bam So, dann quasi Ah, das ist clever natürlich Hm? Ja, kommst du da hoch? Geht das? Ja 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 Okay Doch, 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 doch Mann, mach die schön sein Ist schon mal nicht schnell Ist nur noch so ein Hochbett Guck mal, ich glaub, kann man Ja, man kann das auch immer genau hochklettern Das heißt, nehmen wir nochmal das Hochbett jetzt hier So, und du kannst Ah, du kannst auch mit den Tasten Dann kannst du weiter wegbringen die Teile, ne? Ja, ja, safe mach ich die ganze Zeit Hier, so Okay Warte mal, lass mich mal hier bauen Och, Mann, jetzt hab ich das hier unten hingebaut Ja Warte, ey Wirst du doch direkt so ein Hochbett nehmen Nur doch erstmal die Schränke Ne, pass auf, ich baue jetzt das Hochbett ein Geh weg Wow Wow Oh mein Gott, das ist richtig gut Das ist richtig clever Alter Alter, hier oben können wir pennen Ist das die neue Basis? Die können wir oben schlafen Alter, okay, aber lass noch ein bisschen Aua Oh mein Gott, ich hab 20 Leben verloren gerade Was? Oh mein Gott, man darf nicht runterfallen, ne? Was ist hoch? Hier sind noch viele Schränke Alle mitnehmen Ach, warte mal Mein Magen hat gerade gekrummelt Ach, deswegen hast du Schaden verloren Loll, ich hab auch schon wieder Schaden verloren, weil ich was Falsches getrunken habe Wie, was falsch getrunken? Was trinkst du denn? Was für eine Pepsi getrunken? Das sind keine Dinge, das sind nur so Schränke, wo man reingehen kann Achso, achso, okay Wir brauchen da entweder noch weitere Hochbetten Ja, wir brauchen auf jeden Fall irgendwas mit Treppen dran, ne? Ja Oh ja, ich hab hier nochmal so ein Regal Hä, hast du das gehört gerade? Was? So ein Pfeifen hab ich gerade gehört Ne, hab ich nicht gehört Ja, ich hör doch auf einmal so ein Pfeifen irgendwie Doch Das hab ich auch gerade gehört Oh mein Gott, was war das? Hä, was ist das gewesen? Keine Ahnung, auf einmal hör ich so ein Pfeifen, Mensch Ja, ja Oh, lassen sie aber schnell das Ding hier bauen Ja, 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 schnell nach oben, schnell nach oben Ey, ich komm hier nicht ran Jetzt Wow, Mann, ich fand hier jetzt runter Okay, mach Platz da oben Warte, was auch, warte, warte Ja, sehr gut, sehr gut Da kannst du das Ding ja gut platzieren lassen So Ja, safe, 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 safe Oh mein Gott Hä, hast du das gehört? Ja Was war das? Ich hab gerade Schaden bekommen, das war mein Controller Ach lol, Alter, auf einmal erschrecke ich mich voll Alter, auf einmal erschrecke ich mich Das war mein Controller, der ist, äh, vibriert Ah, da war einfach hör ich nur so Grrrrrr Ich denk's auf einmal, irgendwie kommt hier ein Monster raus Ich weiß, ich weiß Hier, wir müssen noch höher bauen Ich hab hier vorne noch ein Hochbett Alter, ich hab den Schrank perfekt platziert Auf dem OBR 50 AP nur noch Ja, ja, du denkst dann, du musst dann sonst dein Medikit einfach, ne? Ja, ich nutze das jetzt schon mal hier Das bringt dir plus 30 Ah, sehr gut Und du musst es lange gedrückt halten sogar Ja, ich merk's grad schon Hab ich grad schon mal 80 Leben hab ich jetzt Ich hab jetzt noch mal Ich hab jetzt nicht mehr 16, das sollte eigentlich jetzt mal reichen Also hoffe ich auf jeden Fall So, Hochbett ist jetzt auch wieder im Start Oh mein Gott, das ist ja schon richtig hoch bei dir gebaut, ne? Ja, ja, da wird nicht gewartet, ne? Okay, das heißt hier schön Alter, pass, wenn du da runterfällst Dann kann es doch mal schnell sein, dass du mal stirbst Ich weiß, wir dürfen nicht sterben Das Ding ist, wir Du machst das so lange, bis wir halt überleben Äh, bis wir draufgehen Ey, ich komme nicht weiter hoch Ja, wieso das denn? Du musst dich an der genau richtigen Ecke abspringen Hä? Ich brauche auch nicht mehr hoch Ja, das ist ja das Ding Jetzt! Ja, einfach gegenlaufen, Digga Ja, ich lauf gegen, dir passiert nix Natürlich, du bist immer nur zu schlecht, glaube ich So, jetzt zeig dir mal, wie der Meister Ich komm da einfach nicht hoch gerade mit dem Teil dran So, dann musst du mal einmal ganz gezielt Hä? Alter, first try Was? Da hat gar nix los Gar nichts Los für mich Ey, jetzt haben wir auch geschafft, oder was? Oh mein Gott, wir sind so hoch gerade Oh mein Gott, oh mein Gott, warte, geh weg, geh weg Ich platziere das hoch Oh mein Gott, ich muss ja richtig vorsichtig sein Oh mein Gott, platziert Oh mein Gott Hast du platziert? Wow, ja, ja Alter Alter, das ist so hoch jetzt Oh mein Gott, das ist echt Oh mein Gott, guck mal, wow Was? Das hoch, aber ich bin mit dem Hochwert runtergefallen Aber ab kein Oh mein Gott Hoch Hoch Oh mein Gott Hoch Wir bauen Licht, wir bauen Licht Wir bauen Licht Alter, bin ich mir gerade erschrocken Ich hab Licht, ich hab Licht, komm mit, komm mit Ich hab auch Licht, ich hab auch Licht Das müssen wir da ran bauen Wir müssen das zu so einer Laterne machen Ja, ja, steht das recht, hier, das nehmen wir Das heißt hier, ich geh schnell nach oben Und dann kommt das Licht Das Licht kommt dann Ich überleg gerade, wo am besten Ich leg mal jetzt hier oben irgendwo drauf Kann man das, ja, hier, hier, hier Ich rotier das am besten noch mal ganz kurz Und zwar mit der Setachse So, reingepackt, sehr schön, hab ich Ja Hey, pfeift schon jemand die ganze Zeit Okay, ich hab ein Lichter dran gebaut, siehst du das? Gute Laterne eigentlich, oder? Ich seh das, das sieht auch sehr gut aus Ich hol mal noch ein Licht Das ist, glaub ich Je mehr Lichter wir haben Oh, meistens ist runtergefallen hier Den können wir sogar anfangen in der Nacht zu arbeiten Was halt optimal ist, ne? Hier nochmal ein Wandlicht Auch sehr gut, ne? Zack, das hab ich auch am Start, sehr schön Wir brauchen noch mehr Lichter Wir brauchen noch größere Lichter oder sowas Ja, ich weiß, ich weiß Hier, guck mal so ein Wandlicht hab ich noch grad geholt Ey, wir haben echt eine krasse Aussicht von hier oben, ne? Ich muss sagen, wir sind echt schon Wir haben echt so eine richtig große Base da oben gebaut, einfach, ne? Ja, ja, ja Meinst du, wir wollen das noch ein bisschen erhöhen jetzt in der Nacht? Wollen wir das mal probieren? Ja, doch, warum nicht? Kann man auch in der Nacht ganz gut erhöhen Ja, okay, 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 okay So, hier ist nochmal so eine coole Stehlampe Die nehmen wir dann für Oh nein, die fällt! Was? Das ist eine Lampe fallen lassen? Hier ran Ey, das sieht so cool aus in der Turm bis jetzt Ja, safe, safe Ich nehme jetzt mal das Buchbett hier Und gehe damit mal nach ganz oben, versuche das da oben hinzustellen So, ich muss hier irgendwie noch ein paar andere Lampen holen Ähm Hier vorne sind auch so farbige Lampen, glaub ich Die würden eigentlich jetzt cool aussehen, ne? Cool, 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 cool So, hier so eine rote habe ich jetzt gerade am Start Ja Oh, ich frag mich, wo jetzt hier gerade das Monster sein soll Oh, ich frag mich das auch So, das Ding habe ich platziert hier jetzt, oder was? Ja, das ist ja Wir müssen auf jeden Fall noch mehr Licht oben haben Wir haben noch oben nicht so viel Licht Oh, ich habe so einen Hunger Ich muss mir jetzt hier mal was zu essen reinballern So Sehr gut, hau dir schön was zu essen rein Die schmeckt gut hier, die Pizza Hm, hier noch ein bisschen energy drain Also ich, probier dagegen zu springen, ne? Mit dem Tisch sogar, das funktioniert nicht Wie, du bist schon, bist du denn auf dem Tisch drauf, den ich da gerade hingestellt habe, hier? Hä? Und da kommst du nicht ran, hier einfach ran so? Weil ich mach jetzt, ich mach jetzt hier ein anderes Bett noch, eine andere Seite ran, wo ich hochklären kann Ja, mach mal Aus dem Weg, geh weg Du musst ihn drehen, du musst ihn drehen, ne? Ja Okay So Geht auch nicht, wenn ich da dran springe Alter, was ist denn mit dir los? Du bist einfach nur zu schlecht, glaube ich Nein Oho Hier war grad ein Ikea-Mitarbeiter vor mir Okay Aber Warten wir den fragen können, wo wir rauskommen oder was? Oh mein Gott Was ist das denn da? Der läuft auf mich zu Was ist das? Der läuft auf mich zu Lauf weg, lauf weg, oh mein Gott Lauf weg, oh mein Gott Lauf weg, oh mein Gott Oh mein Gott, der konnte ich gerade noch fragen Lauf, Kasper Aua, der schlägt mich Der schlägt mich Aua, ich bin gleich tot Lauf weg Der schlägt sich Der schlägt sich Du musst springen irgendwo hoch Zu unserer Base, zu unserer Base Alter Der hat mich gleich tot, Kasper Aua Der hat mich auch kaputt Aua, der haut mich Du musst schälen Ich hab keine Du musst schälen Stimmt, ich kann mich nicht schälen Aua, der haut mich Aua Ich bin fast tot Aua, ich bin fast tot Weiche aus, weiche aus Ey, was? Oh Gott Hilfe, ich kann nicht ausweichen Nein Kasper, bitte Bitte noch einschlagen Ich bin tot an Aua, ich übernehme Ich übernehme Ich übernehme Ich übernehme 20 AP 20 AP Nein 10 AP Ich bin tot Nein Aua Aua, ich liege aufm Boden Er hat mich aufm Boden geschlagen Er hat mich aufm Boden geschlagen Ich bin respawned Wo bist du? Aua Ich hab sieben Aber ich blute Aua, er hat mich geholt Aua Nein Das soll's gewesen sein, Freunde Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da Schickt einen Link in die beim Wiese aus Haut rein bis morgen Ciao, ciao